Rolf Thorings Abenteuer Heft 202 Auf höherem Befehl Erste Kapitel Ein unangenehmes Wiedersehen Es war kurz vor Einbruch der Dunkelheit, als wir in Bulobo, einer größeren belgischen Station, eintrafen. Wir waren wieder einmal gezwungen, hier neuen Brennstoff für unsere Motoren zu kaufen. Deshalb begab sich Mr. Flee sofort an Land, um mit einem belgischen Kaufmann zu verhandeln. Wir wollten den Brennstoff noch in der Nacht an Bord schaffen lassen, um bei Sonnenaufgang unsere Reise fortsetzen zu können. Rolf und ich machten beim belgischen Kommandanten einen Besuch. Aber äußerst höflich und zuvorkommend wurden wir aufgenommen und bewirtet. Der Kommandant, ein Hauptmann Moltres, erkundigte sich nach unserer Reise und unseren Erlebnissen. Als er erfuhr, dass es uns geglückt war, die Flusspiraten uns schädlich zu machen, dankte er uns im Namen seiner Regierung. Nur der Umstand, dass wir gezwungen waren, die Gefangenen den Franzosen, die wir durch Zufall unterwegs trafen, auszuliefern, schien ihm nicht sehr angenehm zu sein. Ich habe erst gestern meinen Leutnant Kalir ausgeschickt, Nachforschungen anzustellen und ihm eine reiche Belohnung versprochen, wenn er die Flusspiraten abfangen kann, meinte Hauptmann Moltres zu uns. Kalir wird sich ärgern, da sie ihm zuvor gekommen sind. Leutnant Kalir Fragte Rolf erstaunt, diese Namen habe ich doch schon einmal gehört, Herr Hauptmann. Ah, richtig, wir trafen ihn in der Nähe von Kunda auf einer Farm. Das kann stimmen, Herr Thoring, Kalir sollte eine kleine Strafexpedition gegen aufständische Negerstämme unternehmen. Doch da fällt mir ein, dass er von zwei Deutschen sprach, die den Negern geholfen haben sollten und die er durchaus verhaften wollte. Sind sie etwa diese Männer, meine Herren? Lächeln schaute er uns dabei an. Natürlich sind wir es, Herr Hauptmann, erwiderte Rolf gleichfalls lächelnd, nur haben wir uns nicht strafbar gemacht. Ihr Leutnant scheint ein wenig zu hitzig zu sein und sahen uns sofort Rebellen, die die Neger unterstützten. Ich werde Ihnen wahrheitsgemäß unser Erlebnis schildern. Der Hauptmann lehnte sich in seinem leichten Kopsessel zurück und hörte aufmerksam zu, als Rolf ihm unser Abenteuer in Pongnosdorf schilderte, siehe Band 200, ein gefährliches Jagdabenteuer. Rolf stellte unsere Anwesenheit in der Niederlassung der Schwarzen so dar, als seien wir von Pongnosdorf eingeladen worden. Als Gäste des Königs Pongno waren wir gezwungen, uns zu verteidigen, als der feindliche Negerstamm Pongnosdorf angriff. Pongno hatte also nur sein Recht verteidigt, was der belgische Leutnant Kali nicht einsehen wollte. Um unnötigen Differenzen aus dem Wege zu gehen, vermieden wir es, nochmals mit Ihrem Leutnant zusammenzutreffen, Herr Hauptmann, schloss Rolf seinen Bericht. Ich hatte das Empfinden, als ob Leutnant Kali also hitzig gehandelt hätte. Ja, ja, er ist ein Brausekopf, der sich gern seine Sporen verdienen möchte, meine Herren, lachte der Hauptmann Moldres. Jetzt fallen mir auch Ihre Namen wieder ein. Ich werde sofort veranlassen, dass der Haftbefehl, den ich gegen Sie ausstellen musste, wieder zurückgezogen wird. Kali stellte nämlich die Sache ganz anders dar. Das kann ich mir denken, Herr Hauptmann. Doch Sie können überzeugt sein, dass wir alles vermeiden, nur mit einer fremden Nation in Konflikt zu geraten. Wir haben schon viele Länder der Erde bereist und wissen genau, wie wir uns zu verhalten haben. Ich glaube Ihnen ja, meine Herren. Es ist zu dumm, dass Kali erst in einigen Tagen zurückkehrt, solange muss der Haftbefehl nun schon bestehen bleiben, weil ich ihm keine Nachricht geben kann. Doch zu Ihrer Sicherheit will ich Ihnen einen Ausweis ausstellen, dass Sie unbehelligt trotz des Haftbefehls das belgische Gebiet passieren können. Ich glaube, das wird Ihnen genügen. Selbstverständlich, das genügt, Herr Hauptmann. Wir wollen ja morgen in aller Frühe weiterfahren und werden in vier Tagen das belgische Gebiet überhaupt ganz verlassen haben. Sollten Sie Herrn Leutnant Kali in den nächsten Tagen sehen, dann grüßen Sie ihn von uns und sagen Sie ihm bitte, dass wir uns gefreut hätten, ihm persönlich die gefangenen Flusspiraten übergeben zu können, wenn uns dies möglich gewesen wäre. Ich werde diesen Kruß bestellen, meine Herren. Kali wird sich aber nicht sehr darüber freuen, weil Sie ihm wieder die Gelegenheit genommen haben, sich hervorzutun. Was gibt es denn, Mango? Ein schwarzer Soldat war nach kurzem Anklopfen eingetreten und stand nun stramm an der Tür des kleinen Hausvorbaus, auf dem wir Platz genommen hatten. Herr Hauptmann sollen kommen sofort, Wald brennt hinter der Stadt. Mich schicken tut Sergeant Ballot zu Befehl. Argerlich sprang der Hauptmann auf. Das ist wieder ein Werk dieses Fokka, der keine Ruhe geben kann, meine Herren. Sie müssen mich entschuldigen, die Pflicht ruft. Wir sehen uns hier noch, dann werde ich Ihnen auch die Ausweise ausstellen. In aller Eile verabschiedet er sich von uns. Wir waren froh, dass er uns nicht eingeladen hatte, ihn zu begleiten. So kehrten wir denn auf unser Reiseboot zurück, wo wir die Nacht verbringen wollten. Schon von Weitem sahen wir viele Neger mit Lasten dorthin gehen, die den Brennstoff brachten, den Fleth inzwischen eingehandelt hatte. Als wir das Boot erreichten, war von ihm selbst noch nichts zu sehen. Er befand sich sicher noch beim belgischen Kaufmann und unterhielt sich mit ihm. Es ist schade, dass Hauptmann Moldres abgerufen wurde, Rolf, meinte ich zu meinem Freund, als ich über unsere Unterredung mit dem belgischen Kommandanten nachdachte. Er hätte uns ruhig erst das Schreiben ausstellen sollen, dann wären wir in dieser Hinsicht gesichert gewesen. Wenn der Leutnant Kali unterwegs erfährt, dass die Piraten schon abgefangen sind, wird er sicher sofort hierher eilen. Er wird auch unterwegs erfahren, wer die Piraten unschädlich gemacht hat, Hans, und wird natürlich sofort wissen, wer wir sind. Aber das hat ja weiter nichts zu sagen, der Hauptmann ist uns freundlich gesinnt und wird nichts gegen uns unternehmen. Du hast aber in deinem Bericht fortgelassen, dass ich den Anführer der gegnerischen Neger erschoss, um Pongno zu retten, Rolf. Und auch, dass wir einen Elefanten erlegten, lieber Hans. Ja, so ganz harmlos waren wir eben doch nicht, lachte mein Freund. Doch mach dir keine Sorgen, ich fürchte diesen jungen Leutnant nicht. Ich denke augenblicklich auch an unsere damaligen Erlebnisse, als wir Pongno halfen, die Macht wieder an sich zu reißen, Rolf. Auch damals kamen wir mit den Bürgern in Konflikt, weil wir einen Gorilla erlegten. Es ist nur gut, dass heute kein Mensch mehr daran denkt. Siehe Bahn 33 bis 35. Es hat sich in der Zwischenzeit hier vieles geändert, lieber Hans. Unsere alten Gegner sind von ihren Posten abgerufen und durch neu ersetzt worden. Unsere Namen werden überhaupt nicht mehr bekannt sein. Ich wundere mich jetzt nur, warum Mr. Fleth nicht erscheint, er kann doch nicht den ganzen Abend beim Kaufmann zu bringen. Die Dunkelheit war schon längst hereingebrochen, aber noch immer schleppten die Schwarzen schwere Lasten herbei. Rolf gab Pongno den Auftrag, einen dieser Träger zu fragen, weshalb der Weiß nicht zurückkehre. Pongno tat es. Schon nach kurzer Zeit kam er aber wieder und berichtet uns, dass Massa Fleth gar nicht mehr beim Kaufmann sei und schon längst mit diesem abgerechnet habe. Wo er hingegangen war, wusste der Schwarze nicht. Wir schauten uns erstaunt an. Hatte Fleth sich etwa verleiten lassen und war auch zum Waldbrand geeilt? Das konnten wir uns kaum denken, er hätte uns sicher erst vorher aufgesucht, um uns gleichfalls dazu aufzufordern. Wir wollen Pongno ausschicken, ihn zu suchen, Rolf, schlug ich vor, ich habe das Gefühl, dass Fleth in irgendeine Gefahr geraten ist. Ich muss dabei immer wieder an den belgischen Leutnant denken. Aber Hans Fleth hatte doch den Ritt nach Pongno uns Dorf gar nicht mitgemacht und hat also hier nichts zu befürchten. Zwar besuchte ihn der Leutnant einmal auf seinem Boot und weiß, dass er zu uns gehört, aber das hat nichts weiter zu sagen. Er wird irgendwo hingegangen sein und sicher bald wieder bei uns erscheinen. Ich möchte mich am liebsten aufmachen, ihn zu suchen, Rolf, ich werde das Gefühl nicht mehr los, dass wir hier noch groß Unannehmlichkeiten haben werden. Ich werde zu deiner Beruhigung Pongno ausschicken, ihn zu suchen, Hans. Es ist besser, wir bleiben vorläufig auf unserem Boot, bis wir den Ausweis vom Hauptmann haben. Wenn Kalir hier erscheint, dann wird er natürlich alles versuchen, meinen Bericht als falsch hinzustellen. Ich hoffe nur, dass er nicht weiß, wer den Elefanten erlegte. Wenn Fleth hier erscheint, könnten wir ja schon in der Nacht abfahren, Rolf, oder wenigstens schon eine Stunde vor Anbruch des Morgens. Würde das nicht wie eine Flucht ansehen, Hans? Hätten wir den Ausweis, dann wäre es etwas anderes, aber so müssen wir so lange warten, bis der Hauptmann Zeit hat, ihn auszustellen. Rolf winkte nun Pongno herbar und trug ihm auf, nach Mr. Fleth zu suchen. Unser treuer Begleiter nickte nur, verließ schnell das Boot und entschwand gleich darauf unseren Blicken. Die Träger hatten inzwischen den eingeküften Brennstoff an Bord gebracht und waren wieder fortgegangen. Auf dem kleinen Platz vor unserer Ankerstelle lungerten jetzt nur müßig einige schwarze und auch zwei ziemlich heruntergekommene weiße umher, die uns teils mit neugierigen Blicken, teils ohne jedes Interesse musterten. Ich saß mit Rolf auf unserer kleinen Veranda und wir unterhielten uns über die Fortsetzung unserer Reise. In Bommer hofften wir unsere Yacht schon anzutreffen. Dort wollte Fleth noch sein Reiseboot verkaufen und ebenfalls auf seiner Luxusjacht neue Reisen unternehmen. Von einer Trennung hatte er bisher aber noch kein Wort gesagt. Mr. Bord, unser Koch und gleichzeitiger Geschützmeister, den wir unterwegs als wertvollen Kameraden schätzen gelernt hatten, gesellte sich zu uns und fragte ebenfalls erstaunt, warum Mr. Fleth so lange ausbleibe. Als er hörte, dass wir schon Porno ausgeschickt hatten, ihn zu suchen, beruhigte er sich etwas und beteiligte sich an unserem Gespräch. Plötzlich fasste mich Rolf am Arm und wies schweigend zum Platz hinüber. Ich erschrak heftig, als ich den Leutnant Kalir bemerkte, der langsam über den Platz schritt und in der Wohnung des Kommandanten verschwand. In der Dunkelheit hatte er unser Boot nicht gesehen, aber wir wussten, dass er sogleich die Nachricht erhalten würde, dass Fremde hier eingetroffen seien. Hoffentlich trifft er mit Porno nicht zusammen, meinte Rolf leise zu mir, Porno ist sofort zu erkennen, und Kalir wird ihn sicher nicht vergessen haben. Können wir eigentlich auf unserem Boot hier verhaftet werden, Rolf? Wir befinden uns doch hier auf amerikanischem Boden, da dieseschen Boot Mr. Fleth gehört. Darum wird sich wohl die belgische Regierung wenig kümmern, wenn sie uns verhaften will, lieber Hans, was anderes wäre es, wenn wir uns auf einem großen Handelsschiff oder sogar auf einem Kriegsschiff befinden. Unsere kleine Nusschale wird wohl dabei kaum eine Rolle spielen. Wenn Fleth hier wäre, würde ich vorschlagen, den Ort zu verlassen und zur französischen Seite hinüber zu fahren. Wir könnten dem Hauptmann Moltres einen Brief schreiben und ihm unsere Gründe darin auseinandersetzen. Das sähe wirklich nach einem schlechten Gewissen und wie Flucht aus, lieber Hans. Bleiben wir nur ruhig hier und warten wir ab, was Kalir unternehmen wird. Ah, da kommen Fleth und Porno, Rolf, rief ich plötzlich erfreut aus, als ich unsere Gefährten langsam über den Platz schreiten sah. Ich hätte ihn am liebsten zugerufen, sich zu beeilen, da ich befürchtete, Kalir werde jeden Augenblick aus dem Hause des Hauptmanns herauskommen. Und wirklich sollte es der Zufall so fügen. Ein schwarzer Soldat kam gleich hinter Fleth und Porno angerannt und stürzte ins Haus des Hauptmanns. Er schien es sehr eilig zu haben und schon einige Sekunden später erschien Kalir und wollte über den kleinen Platz eilen. Sicher hatte ihm der schwarze Soldat eine Meldung gebracht. Der Leutnant musste dabei ganz dicht an Porno vorüber und ich glaubte schon, dass er ihn in der einen nicht bemerken werde. Aber plötzlich stutzte er doch. Verwundert blieb er stehen und starrte auf Porno, der den Leutnant gleichfalls erkannte. Er nickte ihm freundlich zu und schritt ruhig weiter. Kalir schien im Augenblicke nicht zu wissen, was er tun sollte. Er starrte Porno nach, bemerkte unser Fahrzeug, das er allerdings nur undeutlich erkennen konnte, überlegte noch einige Augenblicke und eilte dann weiter. Einige Minuten später hatten uns Fleth und Porno erreicht. Ich war bei dem großen Waldbrand, Mr. Thoring, erklärte Fleth sogleich. Ein Negerhäuptling, der ständig mit der Besatzung dieses Ortes in Streit liegt, soll ihn angezündet haben. Als dann die Soldaten erschienen und es mit einigen Negern zu einem Handgemenge kam, habe ich gemacht, dass ich fortkam. Ich sah noch, dass der Hauptmann dieser Station, von einem Speer getroffen, zusammenbrach. Was, der Hauptmann Moldruss ist verwundet? Rief ich erschreckt aus. Ja, ich sah es mit eigenen Augen, wie er zu Boden stürzte. Kannten Sie den Hauptmann, Mr. Warren? Wir hatten ihm ja einen Besuch gemacht, Mr. Fleth. Denken Sie sich, der Leutnant Kalir ist auch hier und hat unseren Porno so eben erkannt, als Sie mit ihm über den Platz schritten. Na, so gefährlich wird doch der Mann nicht sein, meine Herren. Mir kam er auch so gleich bekannt vor, als ich ihm begegnete. Er wird jetzt die Nachricht von der Verwundung des Hauptmanns bekommen haben. Wir hatten mit Moldruss über unser Abenteuer in Ponglonsdorf gesprochen, Mr. Fleth, erklärte nun Rolf. Der Hauptmann kannte den Fall schon, aber er meinte selbst, dass sein Leutnant ein bisschen hitzig ist und sicher sehr übertrieben hat. Der Hauptmann wollte den Haftbefehl, den er auf Kalirs Meldung hin schon ausgestellt hatte, zurückziehen und uns einen Ausweis mitgeben, damit wir unterwegs von seinem Leutnant nicht mehr belästigt werden können. Leider wurde er, bevor er den Ausweis ausstellen konnte, wegen des Brandes abgerufen. Und nun ist er schwer verletzt und kann nichts mehr unternehmen, Mr. Thoring. Der Leutnant wird seine Wut gegen uns auslassen und versuchen, uns hier festzuhalten. Ehe sein Hauptmann wieder so weit hergestellt ist, dass er die Untersuchung leiten kann, können Wochen vergehen, die wir hier vielleicht als Gefangene zu bringen müssten. Machen wir, dass wir fortkommen, dort drüben liegt französisches Gebiet, rief ich aus, dort ist die Macht des Leutnants zu Ende. Ja, ich werde sogleich den Befehl geben, die Anker zu lichten. Ich fliehe zwar ungern, aber hier ist Vorsicht am Platze. Fleth rannte schon zum Bug, um seinen Leuten leise Anordnungen zu geben. Rolf schüttelte ärgerlich den Kopf. Es ist zu dumm, wir müssen noch eine weite Strecke durch belgisches Gebiet. Haben wir erst Burma erreicht, dann sind wir so ziemlich sicher. Wir sind aber gezwungen, von Leopold Wille bis Burma die Bahn zu benutzen, da wir mit dem Boot nicht über die Stromschnellen und Wasserfälle kommen. Wenn Kali uns verfolgt oder einen Steckbrief hinter uns herschickt, können wir doch noch vor unserem Endziel verhaftet werden. Können wir nicht auf dem Landwege Burma erreichen, Rolf? fragte ich. Wir könnten es, aber unsere Karawane würde noch viel mehr auffallen, als wenn wir die Bahn benutzen. Gegen Fleth, dem das Boot gehört, liegt ja nichts vor, er kann sein Boot auseinandernehmen und verladen lassen. Wir selbst halten uns dann mit Pono im Hintergrund und besteigen die Bahn erst im letzten Augenblick. Ich denke, dass es uns auf diese Weise schließlich gelingen wird, den Nachforschungen Kaliers zu entgehen. In diesem Augenblick wurden die Anker eingezogen, und gleich darauf setzte sich unser Fahrzeug langsam in Bewegung. Als wir etwa 100 Meter vom Ufer entfernt waren, erschienen dort plötzlich einige schwarze Soldaten, die von einem Sehrgärnten geführt wurden. Sie starrten uns nach, und der Sergent rief uns in einem befehlenden Ton nach, sofort umzukehren und zurückzukommen. Wir taten so, als ob wir es nicht hörten, und ließen nun die Außenbordmotoren anwerfen. Da wir wussten, dass wir hier auf kein Hindernis stoßen konnten, fuhren wir im flotten Tempo dem jenseitigen Ufer zu, das wir eine halbe Stunde später auch glücklich erreichten. Doch damit waren wir noch nicht zufrieden, da wir ganz aus dem Bereich Bolobos kommen wollten. So glitten wir denn dicht am Ufer langsam weiter und ließen den belgischen Ort bald weit hinter uns. Erst nach zwei Stunden, als wir befürchteten, schließlich doch noch irgendwo aufzulaufen, suchten wir eine passende Stelle am Ufer auf, wo wir ungestört die Nacht verbringen konnten. Haben Sie die beiden Motorboote in Bolobo gesehen, Mr. Thoring? fragte Fleth. Eins davon gehört dem belgischen Kaufmann, und das andere ist Eigentum des Hauptmanns Moltres. Es ist also möglich, dass wir von Kalir verfolgt werden. Dazu wird er wohl vorläufig keine Zeit haben, Mr. Fleth. Der kleine Aufstand der Negermus unterdrückt werden, und da Hauptmann Moltres verwundet ist, hat Kalir alle Hände voll zu tun. Na, er wird sicher alles versuchen, uns nicht aus den Augen zu lassen. Morgen früh wollen wir mit äußerster Kraft weiterfahren und uns stets an diesem Ufer halten. Es wäre ja noch schöner, wenn dieser junge Mensch uns so kurz vor unserem Ziel noch einen Streich spielen wollte. Er wird es jedenfalls versuchen, Mr. Fleth, aber ich habe schon mit meinem Freund Hans besprochen, wie wir es in Leopold Quille machen können. Sie selbst haben ja nichts zu befürchten, und wird ihr Boot doch einmal von belgischen Soldaten angehalten, dann verlassen wir es eben vorher und gehen an Land. Na, ich glaube, so schlimm wird es nicht werden, Mr. Thoring. Diese Nacht können wir hier in aller Ruhe zubringen, aber trotzdem wollen wir Wachen aufstellen. Eine Stunde vor Sonnenaufgang fahren wir weiter, dann möchte ich sehen, ob dieser Kalir uns noch einholen kann. In Burma wird hoffentlich unser guter Kapitän Hoffmann mit unserer Yacht auf uns warten, Rolf, warf ich ein, unsere Reise hat demnach dort ein Ende. Ja, unsere Konko-Reise, Hans, aber wie wäre es, wenn wir nun auch noch den Niger hinauffahren würden? Ausgezeichnet, Mr. Thoring, rief Fleth begeistert aus, da komme ich auch mit und stelle mein Boot wieder zur Verfügung. Wohin wollen Sie denn fahren? Nun, bis jetzt habe ich noch kein bestimmtes Reiseziel, aber wir können uns ja die Sache einmal in Ruhe überlegen, wenn wir den Falkalir hinter uns haben. Und Maha nehmen wir diesmal auch mit, Rolf, er verkümmert uns ja sonst an Bord. Selbstverständlich kommt Maha dann mit, Hans, Maha und Peter, der uns ja durchaus nicht verlassen will. Doch nun wollen wir uns niederlegen, damit wir morgen früh wieder auf dem Posten sind. Eine Viertelstunde später herrschte auf dem Boot tiefster Ruhe, nur die beiden Schwarzen, die alle zwei Stunden in der Wache abgelöst wurden, schritten langsam an Deck auf und ab. Zweite Kapitel Anton Lehmann, der Farmer Am Nachmittag des nächsten Tages erreichten wir die Mündung des Kassar in den Kongo. Hier bemerkten wir so recht, wie nahe wir schon der Zivilisation waren, denn von Ferne sahen wir wie zum Gruß die beiden Stähler in Turmasten, an denen der Draht der Telegrafenleitung nach Kukwil-Hartwil die imposante Mündung des Kassar, qua, überspannt. Der Kassar ist einer von den wenigen Nebenflüssen des großen afrikanischen Stromes, der durch seine deutlich ausgeprägte Mündung überhaupt in Erscheinung tritt. Da der Fluss an seiner Mündung zu beiden Seiten von Hügeln eingeengt ist, so folgt daraus ohne weiteres, dass er bei den ungeheuren zu Tal geführten Wassermengen des Kassar und Sanguru von sehr bedeutender Tiefe sein muss. Auf dem linken Ufer der Mündung liegt das wichtige Quamt, auf dem rechten die belgische Missionsstation Begiste. Marie, die ihre frühere Bedeutung fast ganz verloren hat, da die Bevölkerung durch die hier oft auftretende Schlafkrankheit sehr gelichtet wurde. Aber auf den alten Karten findet man sie noch fett gedruckt, als ob es sich um eine große Stadt handelte. Wir trafen es überhaupt oft an, dass Arte, die in der Entdeckungsgeschichte Afrikas irgendeine Rolle gespielt haben, auf den Karten besonders hervorgehoben wurden, auch wenn sie vielleicht gar nicht mehr existierten. Nach unseren ziemlich genauen Karten mussten wir nun bald den sogenannten China des Kongo erreichen. Es ist dies eine Strecke des Flusses, auf der die gewaltigen dunkelbraunen Wassermassen in ein schmales, aber desto tieferes Bett zusammengepresst werden, ehe sie sich vor den letzten Fällen noch einmal zum Stanley Pool erweitern. Seit dem Morgen hatten wir eine ziemlich flotte Fahrt gemacht. Außer unseren beiden Motoren war noch das Segel aufgezogen worden, sodass wir die Geschwindigkeit eines guten Dampfers hatten. Ohne unsere Reise zu unterbrechen, passierten wir die Missionsstation Begiste. Marie und etwas später auch Quamt. Nur mit unseren Ferngläsern beobachteten wir das Leben und Treiben dort, doch schienen die Leute in die Niederlassungen fast gar kein Interess an uns zu haben. Bald waren beide Orte hinter uns verschwunden und wir näherten uns langsam wieder dem belgischen Ufer, weil wir an dieser Seite den Wind besser ausnutzen konnten. Kurz vor einem Bruch der Dunkelheit holten wir ein echtes Negerkanu ein, in dem zwei Weiße saßen. Höflich grüßten wir hinüber und erhielten einen eben solchen Gegengruß. Einige Fragen wurden gestellt und der Ältere der Weißen erkundigte sich, ob wir in Quamt gewesen seien. Als wir dies verneinten, schüttelte der Mann ärgerlich den Kopf und sagte etwas zu dem Jüngeren. Ich glaubte meinen Ohren nicht trauen zu dürfen, als ich plötzlich deutsche Laute vernahm. Auch Rolf hatte sie gehört und fragte plötzlich in dieser Sprache hinüber. Sind Sie etwa Deutsche, meine Herren? Ja, natürlich. Ah, das freut uns, Sie scheinen Landsleute von uns zu sein, meine Herren. Bitte stoppen Sie doch ein wenig ab, damit ich Sie nochmals begrüßen kann. Ihr Fahrzeug macht ja eine zu flotte Fahrt. Wir ließen sogleich das Segel einziehen und einen Motor abstellen. Wenige Minuten später lag das Kanu an unserer Bordseite und auf eine Einladung Rolfs hin kletterten die beiden Männer zu uns an Bord. Der Ältere stellte sich sofort vor. Lehmann ist mein Name, Anton Lehmann, und dies ist mein Sohn Fritz. Wir freuen uns sehr, nach langer Zeit mal wieder Landsleute zu treffen, meine Herren. Wir drückten beiden die Hände, nachdem Rolf auch unsere Namen genannt hatte. Wir erfuhren nun, dass Herr Lehmann eine Farm weiter abwärts am Kongo hatte. Er musste seinerzeit aus Kamerun flüchten und siedelte sich später hier auf belgischen Gebiet an. Ich wollte aus Kwamthilfe holen, Herr Thoring, erklärte er uns, aber dort erhielt ich den Bescheid, dass augenblicklich kein Militär zur Verfügung stehe, weil der Kommandant einen Streifzug ins Innere des Landes unternommen habe. Er sollte allerdings im Laufe des Tages zurückkehren. Deshalb frage ich Sie, ob Sie in Kwamth gewesen seien. Wozu gebrauchen Sie denn Hilfe, Herr Lehmann? Erkundigte sich mein Freund. Ach, wissen Sie, Herr Thoring, das sind nun einmal die Unannehmlichkeiten eines Farmers. Die Neger geben keine Ruhe. Meine Arbeiter fangen an zu murren, und viele haben schon die Arbeit verweigert, angeblich, weil sie schlecht behandelt werden. Ich glaube aber, da es dahinter ein Mulatte mit Namen Streets steckt, den ich als Aufseher einstellte. Er tut mir gegenüber stets so. Als Nähme er meine Interessen wahr, aber ich bin jetzt vom Gegenteil überzeugt. Ich persönlich fürchte mich hier nicht, aber ich muss doch auch an meine Frau und meine Tochter denken, sonst hätte ich wahrhaftig den Weg bis Kwamth nicht gemacht. Ich selbst weiß mich ja zu schützen und würde auch mit den Negern fertig, aber ich könnte dann meine Aufmerksamkeit nicht teilen. Ihre Farm liegt auf belgischem Gebiet, Herr Lehmann? fragte Rolf interessiert. Ja, sie grenzt direkt an den Kongo, da ich nebenbei auch einen Handel nach Brasaville treibe. Haben Sie nicht Lust, meine Gäste zu sein? Meine Frau und meine Tochter würden sich sehr freuen. Lust hätten wir schon, Herr Lehmann, aber wir müssen vorsichtig sein, erwiderte Rolf. Ihnen als Landsmann können wir es ja erzählen, in welche unangenehme Lage wir gekommen sind. Und nun berichtete er in kurzen Worten unser Erlebnis in Ponglonsdorf und vom Erscheinen Kaliers in Balobo. Ah, Leutnant Kalier. Na, meine Herren, wenn der ihn eins auswischen will, dann gibt er keine Ruhe. Ich kenne den Mann, er ist ein ganz rücksichtsloser Mensch, der nach hier strafversetzt wurde, ich glaube, wegen Spielschulden oder dergleichen. Jetzt läst er an jedem seine Wut aus, und er würde sich am meisten freuen, wenn meine Niederlassung von den Schwarzen zerstört würde, denn ich bin ihm schon lange ein Dorn im Auge, weil ich ihm einmal die Wahrheit sagte. Doch kommen Sie ruhig mit auf meine Farm, dort haben Sie nichts zu befürchten. Vielleicht kann ich Ihnen auch Empfehlungen mit nach Brasaville geben, sodass Sie später gut weiterkommen, ohne dass dieser Kalier Ihnen einen Stein in den Weg legen kann. In einer Stunde haben wir meine Farm erreicht. Und wenn wir dort ankern und Leutnant Kalier unser Boot am Ufer sieht, wird er sie und uns belästigen. Ihr Boot wird nicht zu sehen sein, Herr Thoring, ich habe mir einen kleinen Hafen angelegt, der vom Wasser aus nicht zu übersehen ist. Ich tat dies schon aus Vorsicht, weil ich die Unehrlichkeit der Neger zur Genüge kenne. Also darf ich Sie auf meiner Farm als meine Gäste begrüßen, Herr Thoring. Rolf sah uns fragend an. Als wir nickten, sagte er zu und ließ nun wieder das Segel aufziehen und den Außenbordmotor anwerfen. Gleich darauf fuhren wir wieder geschwind über das Wasser und erreichten in einer knappen Stunde wirklich die Farm unseres Landsmannes. Schon von Weitem sahen wir am Ufer zwei Frauen stehen, die uns eifrig zu winkten. Mit Ferngläsern hatten sie Herrn Lehmann schon erkannt und wussten, dass er Hilfe brachte. Dass ausgerechnet wir diesen Mann unterwegs trafen, war Bestimmung, und wir sollten dadurch in eine noch viel schlimmere Situation geraten. Als wir in den Hafen des Farmers einfuhren, sahen wir sofort, dass dieser künstlich angelegt war. Eine schmale Einfahrt führte in ein großes Becken, das ganz von dichtem Wald umgeben war. Herr Lehmann konnte die Hafeneinfahrt gut sichern, sodass ohne seine Erlaubnis kein Fahrzeug einlaufen konnte. Als wir an einer geschützten Stelle des großen Beckens festmachten, erschienen auch schon die beiden Frauen, die ganz aufgeregt zu sein schienen. Gleich nach der Begrüßung zogen sie Herrn Lehmann beiseite und sprachen aufgeregt auf ihn ein. Ich sah, wie sich dessen Gesicht immer mehr verfinsterte, und unwillkürlich suchte seine rechte Hand den Griff seiner Pistole. Plötzlich wandte er sich uns zu. Denken Sie sich, meine Herren, soeben erzählt mir meine Frau, dass während meiner Abwesenheit in meinem Hause ein Diebstahl ausgeführt wurde. Die Geldkassette, in der ich gerade eine große Summe aufbewahrte, ist gestohlen worden. Meine Tochter sah noch den Dieb zum Fenster hinausspringen, es war der Mulatte Stretz. Auf ihren Alarm hin eilten einige mir treu ergebene Neger herbei, aber sie wollten die Verfolgung des Mulatten nicht aufnehmen, weil die anderen Arbeiter eine drohende Haltung annahmen. Ich muss nun gleich selbst den Dieb verfolgen und bitte sie, so lange bei meiner Frau zu bleiben. Wann geschah denn der Diebstahl? Erkundigte sich Rolf sofort. Vor drei Stunden, der Dieb kann also noch gar nicht sehr weit geflüchtet sein. Drei Stunden sind eine lange Zeit, Herr Lehmann, da kommt es schließlich auf eine halbe Stunde auch nicht mehr an. Kommen Sie mit ins Haus, wir wollen zusammen alles Notwendige besprechen, vielleicht können wir Ihnen helfen. Herr Lehmann war wirklich sehr aufgeregt. Wie wir später erfuhren, handelte es sich um sein ganzes Vermögen sowie um einige sehr wertvolle Diamanten, die er einst selbst gesucht hatte, bevor er sich in Kamerun niederließ. Ich konnte seine Aufregung begreifen und war gleich Rolf bereit, ihm zu helfen. In seinem großen Wohnraum hielten wir einen kurzen Rat ab. Rolf setzte es schließlich durch, dass Herr Lehmann selbst auf der Farm zum Schutz der Frauen zurückblieb, während nur sein Sohn Fritz und wir die Verfolgung aufnehmen wollten. Mit Hilfe Ponos konnten wir den Dieb vielleicht bald entdecken und abfangen. Da die Nacht nicht mehr fern war, mussten wir uns beeilen, um wenigstens noch vor der Dunkelheit eine Spur zu finden. Wir stellten Herrn Lehmann unsere schwarze Besatzung unter Mr. Beards Kommando zur Verfügung, falls sich in der Zwischenzeit auf der Farm etwas ereignen sollte. Auch Goliath musste zurückbleiben, da wir ihn unterwegs nicht gebrauchen konnten. Und wirklich war nur eine halbe Stunde nach unserer Ankunft auf der Farm vergangen, als wir auch schon gut verproviantiert auf fünf sehr guten Steppenpferden saßen. Pongando hatte durch List und seinen Schafblick bald die Richtung herausgefunden, in der der Mulatte entflohen war. Nach der einen Seite zu wurde die Farm von dichtem Wald begrenzt, während nach der anderen zu die Steppe begann. Der Mulatte hatte den Weg am Waldrand entlang genommen, wahrscheinlich in der Absicht, sich dort zu verstecken, wenn er wirklich verfolgt werden sollte. Bald befanden wir uns mit dem Sohn des Farmers unterwegs. Er schilderte uns die Umgehung der Farm genau und war der Ansicht, dass Streets, der Mulatte, wahrscheinlich das Dorf eines Neger-Häuptlings aufsuchen wolle, das in dieser Richtung lag. Diese Neger hatten es schon oft versucht, durch Drohungen und Gewalttätigkeiten von seinem Vater Geschenke zu erhalten, hatten also richtige Erpressungen ausgeübt. Und stets, wenn Herr Lehmann sich darüber bei der belgischen Regierung beklagte, erschien der Leutnant Kali und vertröstete den Farmer damit, dass er etwas gegen die Neger unternehmen wolle. Er hielt sich dann aber nur einige Tage auf der Farm auf, ließ sich gutes Essen und auch Wein vorsetzen und dachte gar nicht daran, eine Straf-Expedition gegen die Neger zu unternehmen. Nach acht Tagen erklärte er dann, dass die Neger sich wohl beruhigt hätten und nun nicht mehr auf der Farm erscheinen würden. Wir könnten doch die Nacht durchreiten, wenn Sie die Niederlassung der Neger genau kennen, Herr Lehmann, meinte Rolf. Der Mulatte wird gleichfalls nicht eher ruhen, als bis er in Sicherheit ist. Es ist ja noch eine Frage, ob er das Negerdorf aufsucht, Herr Thoring. Vielleicht will Streets auch nur in die Berge, um dort seine Raub zu verstecken. In der Niederlassung ist er ihm nicht sicher genug. Da haben Sie recht, Herr Lehmann. Kennen Sie die Berge so genau, dass wir sie bei Nacht durchqueren können? Ich war oft dort, Herr Thoring, und habe schon als Junge dort mein erstes Abenteuer erlebt. Ich war in eine Fanggrube gefallen und konnte mich nicht wieder befreien. Nach mir stürzte dann ein Leopard in die Grube und es gelang mir nur mit der größten Mühe, das Tier zu erlegen. Es waren schreckliche Augenblicke, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Das glaube ich Ihnen. Doch wie lange reiten wir bis zu diesen Bergen? Vier Stunden, Herr Thoring. Drei Stunden weiter liegt das Negerdorf, das wir bei Anbruch des Tages erreichen werden. Dann wollen wir unseren Tieren jetzt die Sporen geben, damit wir bald in den Bergen eintreffen. Vielleicht können wir dort den Mulatten noch erreichen. Fritz Lehmann nickte nur. Er trieb sein Pferd an, das uns so gleich vorauseilte. Wir brauchten unsere Tiere aber gar nicht anzuspornen, denn sie folgten sofort freiwillig dem Ausreißer. Sie schienen lange Zeit keinen weiten und anstrengenden Ritt gemacht zu haben, denn freudig werten sie, als sie nun weit ausgreifen konnten. Hart am Waldrand ging es weiter. Der junge Lehmann schien wirklich den Weg genau zu kennen, denn nicht einmal zügelte er sein Pferd. Ich schaute mich oft verstohlen nach Porno um, der solche Ritte nicht gewohnt war, aber er hielt sich sehr gut, nur sah er auf dem kleinen Tier etwas komisch aus. Seine Beine erreichten fast den Boden, und ich hatte die Befürchtung, da sein Tier sein Gewicht nicht lange aushalten werde. Über zwei Stunden ging es so am Walde entlang. Plötzlich zügelte Fritz Lehmann sein Pferd und hielt es dann ganz an. Er gab uns ein Zeichen, nicht weiter zu reiten, und erklärte uns nun. Ich habe während des Rittes über alles nachgedacht, Herr Thoring. In diesen Bergen gibt es eine Höhle, eine tiefe Grotte, die bei den Negern als Teufelsgrotte verrufen ist. Ich selbst bin einmal darin gewesen und weiß seitdem, warum die Neger sie so bezeichnen. In der Grotte befindet sich ein Tropfsteingebilde, das ganz bizarre Formen angenommen hat. Es sieht fast wie ein Mensch mit Hörnern aus und erinnert tatsächlich an den Teufel. Ich nehme nun an, dass Strätz diese Höhle aufsuchen wird, um seine Raub dort zu verstecken. Sie bildt nämlich ein richtiges Labyrinth von kleinen Gängen und Höhlen. Ist es die einzige Höhle, die dort in den Bergen zu finden ist, Herr Lehmann? Ja, die einzige, abgesehen von einigen kleinen Vertiefungen im Gestein, die aber als Verstecker nicht geeignet sind. In einer Viertelstunde haben wir die Berge erreicht und ich wollte Ihnen nun vorschlagen, dann die Pferde zurückzulassen, da sie den beschwerlichen Weg zur Höhe nicht ohne Gefahr für sich und uns machen können. Wir tun, was Sie für richtig halten, Herr Lehmann, erwiderte Rolf. Sie kennen die Berge genau und müssen uns schon führen. Ich weiß eine versteckte Schlucht, in der wir die Tiere unterbringen können. Von dort haben wir allerdings einen schwierigen Wegs bis zur Höhe. Wenn Strätz jedoch auch dort hinaufgeklettert ist, dann muss er sein Pferd gleichfalls zurückgelassen haben. Also vorwärts, wir wollen uns nicht zu lange aufhalten, meinte Fleth ungeduldig. Vielleicht finden wir das Pferd des Mulatten und können es verstecken, sodass er uns nicht mehr entfliehen kann. Diesen Gedanken hatte ich gleichfalls, Mr. Fleth, erwiderte der junge Farmer. Doch nun wollen wir ganz langsam und vorsichtig reiten und nicht mehr sprechen. Hier in den Bergen, die so gleich hinter diesem Wald beginnen, reicht der Schall weit. Gleich darauf setzten wir die Pferde wieder in Bewegung. Jetzt ritten wir wie die Indianer hintereinander, damit wir genau denselben Weg wie Fritz Lehmann zurücklegen konnten. Noch dämpfte der weiche Waldboden die Hofschläge, aber als wir um den Waldbogen sahen wir dicht vor uns die Berge, die etwa 200 Meter hoch zu sein schienen. Eine breite Schlucht öffnete sich vor uns, in die Fritz Lehmann hineinritt. Aber schon nach kurzer Zeit schwenkte er dann nach links ab, und gleich darauf gelangten wir in einen schmalen Felskessel, der nur den einen Zugang hatte, durch den wir gekommen waren. Hier sprang der junge Farmer vom Pferd und deutete uns an, ein Gleiches zu tun. Unser Gepäck ließen wir zurück, ebenso die Gewehre, die uns bei der Kletterei nur hinderlich gewesen wären. Seitwärts an der Felswand führte ein Pfad in die Höhe, auf den Fritz Lehmann nun zu Schritt und auf dem er den Aufstieg zur Höhe begann. »Wollen wir nicht erst nach dem Pferd des Mulatten suchen?« fragte Fleth leise. »Es hat keinen Zweck, Mr. Fleth, wir versäumen nur unsere Zeit damit,« erwiderte der junge Farmer. »Ich glaubte, wir würden es in der vordersten Schlucht irgendwo finden, aber anscheinend weist der Mulatte hier auch verschiedene Verstecke, und wir hielten uns nur unnütz auf, wenn wir jetzt nach Forschungen anstellten. Finden wir Streets nicht in der Teufelshöhle, dann ist er eben weitergeritten, um das Negerdorf zu erreichen.« Langsam stieg er uns voran. Wir traten möglichst leise auf, um uns nicht durch irgendein Geräusch zu früh zu verraten. Immer höher ging es, wobei der Pfad manchmal so schmal wurde, dass wir kaum weiter konnten. Aber Fritz Lehmann haf uns stets, die gefährlichen Stellen zu passieren. Endlich erreichten wir ein kleines Plateau, von wo sich ein Fels-Einschnitt abzweigte. Durch diesen Schritt nun der junge Farmer weite und gab uns ein Zeichen, dass wir uns nun der verrufenen Höhle näherten. Da der Fels-Einschnitt sich durch den Berg hindurch zog, traten wir an der Westseite wieder heraus. Abermals befanden wir uns auf einem Fels-Plateau, und direkt unter diesem lag die Teufelsgrote, die angeblich nur den einen Zugang über einen schmalen Pfad von unten hatte. Nur Fritz Lehmann kannte den Weg, den wir soeben durchschritten hatten. Als der junge Farmer über den Rand des Plateaus in die Tiefe schaute, gab er uns sogleich ein Zeichen, uns ganz ruhig zu verhalten, und winkte uns zu sich heran. Auf dem Bauch liegend, schoben wir uns bis zum Abgrund vor uns späten gleichfalls in die Tiefe. Etwa fünf Meter unter uns befand sich auch eine Plattform, von der ein Pfad in die Tiefe führte. In der Felswand aber befand sich eine große dunkle Öffnung, der Eingang zur Teufelsgrotte. Ein Mensch aber saß vor diesem Eingang und starrte unverwandt in die Tiefe. Es war ein Mulatte, der Mulatter Stretz, der tatsächlich nach hier geflüchtet war und nun anscheinend nach Verfolgern Ausschau hielt. Er konnte das Tal unter sich gut überblicken, und da der Mond schon längst aufgegangen war und alles wie an einem trüben Tage erhellte, würde er uns, wenn wir diesen weggekommen wären, sofort bemerkt haben. Er ahnte ja nicht, dass es noch einen zweiten Zugang zur Höhle gab. Fritz Lehmann hätte ihn jetzt am liebsten abgeschossen, doch er fürchtete, dass er dann nicht das Versteck des Geldes finden würde, da die Höhle im Innern sehr verzweigt war. Wir mussten abwarten, bis sich der Mulatte einmal in die Höhle begab, dann konnten wir vielleicht mir einem kühnen Handstreich den Eingang gewinnen. Aber der Mulatte schien gar keine Lust zu haben, das Innere der Höhle aufzusuchen. Unverwandt starrte er in die Tiefe, wobei er mit seinem großen Revolver spielte. Da brökelte plötzlich durch irgendeine Unvorsichtigkeit von uns ein kleines Steinchen los und fiel polternd in die Tiefe. Der Kopf des Mulatten fuhr mit einem Ruck in die Höhe. Er sah uns, riss die Pistole hoch und im nächsten Augenblick donnerte sein Schuss los. Pfeifend flog die Kugel an meinem Kopf vorbei und ich zog ihn nun schnell zurück, um nicht von der Nächsten getroffen zu werden, auch meine Gefährten taten es, nur Fritz Lehmann schien nicht auf die Gefahr zu achten, riss nun ebenfalls seinen Revolver heraus und gab nach unten einen Schuss ab, der von dort auch sogleich beantwortet wurde. Nochmals drückte der junge Farmer ab, dann sagte er zu uns, ohne den Eingang der Höhle aus den Augen zu lassen. Er hat Deckung in der Höhle gesucht, aus der er nicht mehr entkommen kann. Wir brauchten jetzt nur den Eingang zu bewachen, um ihn auszuhungern, aber das würde mir und meinem Vater zu lange dauern. Auch befürchte ich, dass bald belgische Soldaten hier eintreffen werden, dann bekommt mein Vater von seinem Gelde doch nicht alles wieder zurück. Dann wollen wir doch den Versuch machen, in die Höhle einzudringen, schlug Fleth vor. Das wäre die einzige Möglichkeit, den Mulatten zu fangen, aber wie wollen wir hinunter? fragte Fritz Lehmann. So wie wir uns zeigen, schießt uns der Mulatte ab. Oder wir ihn, Mr. Lehmann, erwiderte Fleth. Die Sache ist ganz einfach. Wir alle passen hier oben scharf auf, während sich unser Pono hinunterlässt. Erscheint der Mulatte oder versucht er, unseren Begleiter abzuschießen, dann feuern wir gleichzeitig. Einer von uns wird ihn ja schließlich treffen. Oder unseren Pono, warf Rolf ein. Massas nur aufpassen hier oben, Pono schon machen wird, erklärte dieser. Pono sich schnell hinablassen will, ehe Mulatte Zeit findet, zu schießen. Trotz Pono's Zuversicht wussten wir, dass es doch ein waghalsiges Unternehmen war. Aber wir kannten ja Pono genau, er würde es sich jetzt nicht mehr ausreden lassen, und so mussten wir ihm denn zustimmen. Er machte sich auch so gleich bereit. Vorsichtig lukten wir nochmals über das Plateau. Sofort aber knallte es wieder von unten, sodass wir die Köpfe schnell zurückziehen mussten. Inzwischen hatte Pono das dünne, aber haltbare Seil, das er stets bei sich trug, von den Hüften gewickelt und befestigte es nun an einem Felszacken. Dann gab er uns ein Zeichen, dass er zum Abstieg bereit sei. Fritz Lehmann ließ es sich nun nicht nehmen, sich schnell über den Rand des Plateaus zu beugen und zugleich ein paar Schüsse nach unten abzugeben. Der Mulatte schoss nur ein einziges Mal und verwundete den jungen Farmer leicht am Kopf. Aber das hielt diese nicht ab, jetzt den Höhleneingang scharf zu beobachten. Der Mulatte hatte sich zurückziehen müssen, und wir beugten uns nun gleichfalls vor, um bei seinem Wiederauftauchen sofort zu schießen. Pono warf nun das Seil hinab und rutschte gleich darauf wie eine Katze in die Tiefe. Im nächsten Augenblick stand er auf dem unteren Plateau. Wir vernahmen einen erschreckten Ausruf in der Höhle, dann krachte auch schon wieder ein Schuss, der jedoch Pono nicht traf, weil dieser zur Seite geschnellt war und sich an der Felswand in Deckung hielt. In diesem Augenblick rutschte auch Fritz Lehmann hinab. Ohne zu überlegen, schoss er in die Höhle hinein, um den Mulatten abzuschrecken. Er schien auch Erfolg gehabt zu haben, denn die Schüsse wurden nicht erwidert, und als wir dann einige Minuten später gleichfalls auf der unteren Plattform vor dem Höhleneingang standen, schien es uns, als ob sich überhaupt kein Mensch in der Höhle aufhielt. Dritter Kapitel In der Teufelsgrotte Rolf und ich rissen sofort die Taschenlampen heraus und leuchteten vorsichtig in die Höhle hinein. Blitzschnell wanderte der grelle Schein unserer Lampen umher, doch nirgends war der Mulatte zu sehen. Er hat sich zurückzogen, erklärte Fritz Lehmann. Links im Hintergrund beginnen die schmalen Gänge, von denen einer in die Hauptgrotte führt. Es wird schwierig sein, dort einzudringen, solange der Mulatte auf uns schießen kann. Wir müssen ihn eben täuschen, erwiderte Rolf. Zuerst wollen wir im Dunkeln in die Höhle eindringen und uns dort verstecken, damit er uns nicht mehr sieht, hier draußen bildeten wir ein zu gutes Ziel für ihn. Wie viele Gänge führen in diese Höhle, Herr Lehmann? 3. Einer davon geht in die Teufelsgrotte, während die beiden anderen erst in verschiedene kleinere Gänge münden, ehe sie die Teufelsgrotte von verschiedenen Seiten erreichen. Ich sagte ihnen ja schon, dass hier ein richtiges Labyrinth herrscht. Rolf schnellte sich plötzlich in die Höhle hinein. Gleich darauf schaltete er seine Taschenlampe wieder ein und richtete sie auf die von hier abzweigenden Gänge. Als er sich überzeugt hatte, dass in keinem der Mulatte lauerte, schaltete er sie wieder an, so dass auch wir nun die Höhle betreten konnten. Wir müssen zuerst wissen, in welchem Gang der Mulatte steckt, flüsterte uns Rolf zu. Haben wir das entdeckt, dann müssen wir uns teilen. Ich werde allein in den Hauptgang eindringen, während Sie, Herr Lehmann, mit Mr. Fleth in den zweiten und du, Hans, mit Pono in den dritten schleichst. Wir treffen uns nach einiger Zeit in der Teufelsgrotte und haben den Mulatten dann zwischen uns. Sie müssen aber meinem Freund den Weg erklären, den er bis zur Grotte zurückzulegen hat, Herr Lehmann. Wir fanden diesen Vorschlag gut und der junge Farmer beschrieb mir nun genau den Weg, so dass ich ihn kaum verfehlen konnte. Da auch Mr. Fleth seine Taschenlampe bei sich hatte, brauchte keiner von uns zu befürchten, im Dunkeln mit dem Mulatten zusammen zu treffen. Er selbst besaß ja kein Licht und musste sich im Finstern bewegen. Pono legte sich nun auf den Boden und kroch in den ersten Gang hinein. Da es jetzt so dunkel um uns war, dass wir kaum die Hand vor Augen sehen konnten, konnte der Mulatte unseren treuen Begleiter nicht erkennen, denn Pono verstand es ja, sich ganz geräuschlos zu bewegen. Lauschend warteten wir auf seine Rückkehr. Nach einer Viertelstunde erschien er wieder bei mir und berichtete, dass der Mulatte sich in dem Gang nahe der Teufelshöhle aufheilte, wie Pono an seinem Atem deutlich vernommen hatte. Jetzt galt es für uns, schnell durch die anderen Gänge zu schleichen, um dem Mulatten in den Rücken zu kommen. Wir konnten deshalb ruhig unsere Taschenlampen einschalten und brauchten sie erst zu verlöschen, wenn wir in der Nähe der Grotte waren. Ich schlich sogleich mit Pono los, während Fritz Lehmann und Fleth im zweiten Gang verschwanden. Da wir vor uns den Mulatten nicht vermuteten, schritten wir schnell aus. Huschend tanzte der Schein meiner Taschenlampe umher und beleuchtete den Gang stets bis zur nächsten Krümmung. In vielen Windungen zog er sich hin und lief manchmal in entgegengesetzter Richtung weiter. Dreimal passierten wir Nebengänge, in die wir aber nicht hineingingen. Der junge Farmer hatte uns ja genau den Weg beschrieben, sodass wir nicht fehlgehen konnten. Plötzlich zuckte ich zusammen. Wir befanden uns gerade an der Mündung in einen Quergang, als ich vor uns ein Geräusch vernahm. Es hörte sich an, als wäre ein Stein zu Boden gefallen, was nur im Dunkeln jemand verursacht haben konnte, der ihn aus Versehen losbrach. Im Nu hatte ich meine Taschenlampe ausgeschaltet und blieb neben Pongolauschen stehen. Aber nichts rührte sich vor uns. Selbst Pongolau konnte nicht das leiseste Anzeichen vernehmen, dass sich jemand vor uns im Gang befand. Da wir es auch eilig hatten, schaltete ich schließlich meine Taschenlampe wieder ein und schlich mit Pongolau weiter. Vergeblich suchte ich jedoch den herabgefallenen Stein, ich konnte ihn nirgends finden. Immer weiter und tiefer ging es in den Berg hinein. Verwundert blieb ich oft stehen, denn hier fand ich mich wirklich nicht mehr zurecht. Nach Fritz Lehmanns Beschreibung hätten wir schon längst in der Teufelsgrote sein müssen, aber nun war es mir, als wenn wir doch in einen falschen Gang geraten wären. Pongolau war der Ansicht, dass wir uns hätten täuschen lassen, als ich zur Vorsicht beim Herabfallen des Steines meine Lampe anschaltete, da seien wir eben in einen anderen Gang eingedrungen. Ich konnte mir das zwar nicht denken, doch hatte ich auch keine Lust, noch weiter irrend durch diese Gänge zu laufen. Deshalb gab ich Pongolau ein Zeichen, zurückzugehen. Er war damit sofort einverstanden, da auch er der Ansicht war, sich getäuscht zu haben. Aber wo wir nun abbiegen sollten, wussten wir nicht. Wir hofften jedoch, bald die erste Hülle wieder zu erreichen, von wo wir den Weg dann noch einmal gehen konnten. Aber wir hatten inzwischen kostbare Zeit verloren und kamen vielleicht viel zu spät, um dabei sein zu können, wenn der Mulatte überwältigt wurde. Wir hatten es jetzt ziemlich eilig. Ich hielt die Taschenlampe vor mir, um den Weg besser erkennen zu können. Ich glaubte nicht, dass wir hier in diesen Gängen auf den Mulatten treffen könnten und ahnte deshalb nicht, wie nahe mir das Verhängnis war. Soeben, als ich wieder über einen Quergang schreiten wollte, erhielt ich auf meinen linken Arm, deren Hand die Lampe trug, einen so heftigen Schlag, dass die Taschenlampe klärend zu Boden fiel und verlöschte. Im nächsten Augenblick wurde ich gepackt und jemand versuchte mir die Kehle zum Zudrücken. Leider hatte ich meine Pistole eingesteckt und konnte sie nun nicht so schnell herausreißen. Ich musste mich erst von meinem Gegner freimachen, aber das wollte mir so leicht nicht gelingen. Eine kräftige Faust hielt meine Kehle umklammert, sodass mir der Atem fortblieb. Ich glaubte ersticken zu müssen und warf mich in meiner Verzweiflung auf den Gegner, ihn mit mir zu Bogen reißend. Dort wälzten wir uns hin und her, doch noch immer gelang es mir nicht, mich frei zu machen. Im Kopf verschwindelte es mir schon und meine Ohren brausten die ersten Anzeichen des Erstickens. Da ließ plötzlich der würgende Griff an meinem Halse nach. Ich erhielt einen Stoß, dass ich zur Seite geschleudert wurde und lag hier einige Sekunden wie benommen still. Ich hörte zwei Menschen miteinander ringen und dann tappten ellige Schritte davon. Aber andere folgten ihnen und plötzlich wusste ich, dass ich ganz allein im Gang lag. Ich suchte auf dem Boden nach meiner Taschenlampe, aber während des Kampfes musste sie wohl weit fortgeschleudert worden sein. Ich fand sie nicht so gleich. Erst als ich kriechend die weitere Umgebung des Kampfplatzes absuchte, stieß ich endlich dagegen. Doch die feine Glühbirne war zersprungen. Zum Glück trugen wir stets Reserve Glühbirnen bei uns, sodass ich den Schaden in kurzer Zeit ausbessern konnte. Gleich darauf flammte meine Taschenlampe wieder auf und ich ließ den Strahl suchend nach allen Seiten umherwandern. Ich konnte mich entsinnen, dass die vorteilenden Schritte sich nach rechts gewandt hatten und schritt nun gleichfalls in dieser Richtung weiter. Schon nach kurzer Zeit bemerkte ich vor mir einen Lichtschein und schaltete sofort meine Taschenlampe aus. Dann hörte ich auch sprechen und erkannte die Stimme meines Freundes Rolf, dem Pono antwortete. Im nächsten Augenblick stand ich in einer großen Grotte, in der meine Gefährten versammelt waren. Auf dem Boden lag der Mulatte besinnungslos und Pono untersuchte ihn gerade. Wie ich sofort erfuhr, war er, als Rolf von der einen und fleht mit Fritz Lehmann von der anderen Seite hier eindrangen, geflohen. Dabei stieß er unverhofft auf mich und schlug mir die Taschenlampe und der Hand. Er glaubte mich allein und versuchte mich zu erwürgen, aber da hatte Pono schnell eingegriffen und mich befreit. Als der Mulatte dann flüchtete und wieder nach ihr zurückrannte, stolperte er am Eingang der Grotte und stieß im Fallen mit dem Kopf schwer gegen das Gebilde, das inmitten der Grotte stand. Besinnungslos blieb er so gleich liegen. Massas, Mulatte nicht mehr lange lebt, Kopf zerschmettert, berichtete so eben Pono. Man vielleicht nicht mehr erwachen wird. Dann kann er uns so gar nicht angeben, wo er das Geld meines Vaters versteckt hat, warf Fritz Lehmann ein. Wir werden es schon finden, Herr Lehmann, die Hauptsache ist, dass der Mann uns nicht entkommen ist und wir nun wissen, dass die Kassette sich hier befinden muss. Wir werden so gleich mit der Suche beginnen. Rolf hatte den Mulatten gleichfalls untersucht und einen schweren Schädelbruch festgestellt. Demnach musste die Wucht, mit der er gegen das Tropfsteingebild rannte, furchtbar gewesen sein, da die Mulatten ja äußerst dicke Schädel besitzen. Ich hatte nun Musse, mir das Gebilde anzusehen. Es sah tatsächlich wie ein Teufel aus, und ich verstand nun die Neger, dass sie sich vor dieser Höhle fürchteten. Flet hatte inzwischen angefangen, die Grotte zu durchsuchen, aber so genau er auch dabei verfuhr, konnte er doch nichts von der Kassette entdecken. Da diese nicht sehr groß war, gab es allerdings genügend viele Verstecke hier für sie, doch als auch Rolf, ich und vor allem Fritz Lehmann gleichfalls nachsuchten, hatten wir bald die Grotte so genau durchforscht, dass uns kein Winkel entgangen war. Sie ist nicht hier, meinte Fritz Lehmann niedergeschlagen, der Mulattenmusi anderswo versteckt haben. Glauben Sie nicht, dass er noch einmal zur Besinnung kommt? Ich glaube es nicht, die Verletzung ist zu schwer. Auch befürchte ich, dass er uns doch nichts verraten würde. Uns bleibt vielleicht nichts anderes übrig, als sämtliche Irgänge dieser Grotte zu durchsuchen, eine Arbeit, die uns tagelang in Anspruch nehmen wird. Aber wir müssen das Geld wieder herbeischaffen, sonst ist mein Vater ruiniert, jammerte Fritz Lehmann. Ich gehe erst von hier fort, wenn ich das Geld gefunden habe. Wir müssen vor allen Dingen einen Boten zur Farm ihres Vaters senden, um ihm zu melden, was geschehen ist. Auch müssen unsere Pferde verpflegt werden, wenn wir hier länger zu suchen haben. Am besten wäre es schon, wenn Sie oder Mr. Fleth zur Farm ritten, um dort Nachricht zu geben. Ich möchte lieber hier bleiben, Herr Thoring, es ist kein Misstrauen, aber ich kann mich schwer von diesem Ort trennen, solange die Kassette nicht gefunden ist. Wollen Sie nicht den Weg zur Farm für mich machen, Mr. Fleth? Ja, das könnte ich, hier ist ja doch nichts weiter zu tun, erwiderte dieser bereitwillig. Es handelt sich nämlich darum, lieber Fleth, dass uns keine Soldaten nach hier folgen. Wir haben Herrn Lehmann nicht Bescheid gesagt, falls doch noch belgische Soldaten eintreffen sollten, dass er sie uns nicht nachschickt. Vielleicht könnten wir ihm erkannt werden, Sie verstehen, was ich meine, nicht wahr? Ja, ich verstehe allerdings. Sie glauben immer noch, dass der Leutnant Kalli hinter uns her ist, Mr. Thoring, nicht wahr? Ich glaube es nicht nur, ich nehme es sogar mit aller Bestimmtheit an, Mr. Fleth. Doch nun eilen Sie, und versuchen Sie, so schnell wie möglich nach hier zurückzukehren. Lassen Sie von Herrn Lehmann unter den Schwarzen verbreiten, dass der Mulatte verunglückt sei, dann werden Sie sich auch wieder ruhig verhalten. Gut, ich werde alles erledigen, Mr. Thoring. Wenn Sie inzwischen die Kassette gefunden haben, dann kommen Sie mir ja entgegen, damit ich den Weg nicht umsonst nach hier mache, nicht wahr? Selbstverständlich. Ich hoffe auch, dass es so geschehen wird und wir uns nicht zu lange hier aufzuhalten brauchen. Fleth verschwand aus der Grotte. Wir aber setzten unsere Nachforschungen fort, doch wieder mit demselben mies Erfolg. Fritz Lehmann war schon ganz verzweifelt. Plötzlich bäumte sich der Mulatte auf, fiel aber dann wieder zurück und starb unter Rolfs Händen. Wir schafften seine Leiche in einen Nebengang und setzten dann systematisch unsere Untersuchungen fort. Wir rechneten damit, dass Fleth vor neun bis zehn Stunden nicht wieder hier erscheinen konnte und schickten nun Pono aus, damit er von den Pferden unseren Proviant und die Gewehre, die wir nicht unbeaufsichtigt lassen wollten, holen sollte. Stundenlang schon hatten wir die Grotte und die Gänge durchforscht, aber nicht das geringste Anzeichen fanden wir, wo der Mulatte die Kassette versteckt haben konnte. Hatte er sie vielleicht schon auf dem Wege nach hier vergraben? Ich wollte diesen Gedanken nicht vor Fritz Lehmann aussprechen, aber mir schien es fast, als wenn ich damit recht haben könnte, sonst hätten wir sie sicher hier schon gefunden. Vier Stunden war Fleth nun schon fort und wir begaben uns nun hinaus zur Plattform, um dort etwas zu verzehren. Draußen war der Tag schon angebrochen und Pono musste nun sogleich mit unseren Rucksäcken hier erscheinen. Endlich hörten wir ihn auch. Schon von weitem rief er uns warnend zu. Massas sich nicht sehen lassen dürfen vor Höhle, viele Soldaten hier erschienen, Pono auch kloppt, Leutnant Kalir dabei sein. Diese Nachricht erschreckte uns sehr. Wenn Kalir sich wirklich hier befand, dann war er uns gefolgt und wusste, dass wir uns hier befanden. Vielleicht hatte er den Farmer so eingeschüchtert, dass dieser ihm schließlich alles gestand. Aber mein Freund glaubte nicht daran. Herr Lehmann war ein Deutscher und würde einen Landsmann nicht verraten. Leutnant Kalir hatte sicher unser Boot im Hafen des Farmers entdeckt und durch Nachfrage bei den Negern erfahren, wohin wir geritten waren. Nur so konnte es sich verhalten. Vom Plateau hatten wir eine weite Aussicht. Als Pono dann endlich bei uns war und uns die Sachen übergab, bemerkten wir weit unten im Tal viele Soldaten. Sie waren zu Fuß und mussten gleich nach uns auf der Farm eingetroffen sein. Leutnant Kalir, den ich durch mein Fernglas genau erkannte, musterte ebenfalls mit einem Glas die Berge. Dann deutete er nach oben, und zwar direkt in die Richtung nach uns. Er kennt diese Teufelsquote gleichfalls, Herr Thoring, erklärte Fritz Lehmann, wahrscheinlich kommen sie jetzt hier herauf. Und was machen wir? Sollen wir ihre Kassette im Stich lassen und flüchten? Nein, ich bleibe hier und verrate den Soldaten auch nicht, was ich hier tue. Vor allen Dingen müssen wir den Toten fortschaffen, sonst geraten wir noch in den Verdacht, ihn erschlagen zu haben. Massas Pono Mulatten schon verschwinden lassen wird, da Soldaten denken sollen, Mulatte sei abgestürzt. Pono ihn trägt weiter tiefer und ihn dahin gelegt. Ja, gut, tue das Pono, aber du musst dich beeilen, die Leute können in einer Stunde hier oben sein. Sie, Herr Lehmann, brauchen ja nichts zu fürchten, sie wissen eben nicht, wo wir uns befinden. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns in den Felsgängen zu verstecken, denn ich möchte diesem Leutnant nicht gegenüber treten, weil ich befürchte, dass es zu Tätlichkeiten kommen könnte. Von diesem Mann würde ich mich nie verhaften lassen. Achtung Mr. Thoring, Soldaten kommen, erklang im selben Augenblick Mr. Fleets Stimme über uns. Als wir nach oben schauten, sahen wir, wie er sich gerade an Salz in uns herunterließ. Gleich darauf stand er neben uns. Es ist doch ganz zwecklos, dass ich jetzt noch zur Farm reite, Mr. Thoring, die belgischen Soldaten sind nun doch schon einmal hier, und ich glaube, ich bin hier notwendiger als auf der Farm. Wollen Sie mit den belgischen Soldaten verhandeln? Nein, wir verstecken uns hier und werden alles vermeiden, mit dem belgischen Leutnant Kalir zusammenzutreffen. Herr Lehmann weiß ja zum Glück in diesen Irrgängen Bescheid und wird uns ein Versteck zeigen, wo uns die Soldaten nicht aufspüren können. Das werde ich tun, Herr Thoring, ich weiß auch schon, wohin ich Sie bringe. Ein Gang führt tief in den Berg hinein, ich kann fast sagen, hinunter, da er sich schräg abwärts neigt. Dorthin werden die Soldaten sicher nicht kommen. Gut, dann wollen wir jetzt unsere Rucksäcke und Gewehre mitnehmen. Auch das Seil muss entfernt werden, wenngleich Sie, Herr Lehmann, es benutzt haben könnten. Wäre es nicht besser, wenn auch Sie sich versteckten? Ich möchte die Grotte nicht ohne Aufsicht lassen, Herr Thoring. Durch Zufall könnten die Soldaten die Kassette finden, dann ist sie für meinen Vater verloren. Ich bleibe lieber hier. Jetzt erschien Pono, der den toten Mulatten mit sich schleppte. Er stieg mit ihm vorsichtig den Pfad hinunter und entschwand bald unseren Blicken. Wir nahmen nun unser Gepäck an uns und folgten dem jungen Farmer, der uns zur Grotte zurückführte. Um hier auf Pono zu warten, untersuchten wir sie nochmals schnell. Plötzlich stieß Rolf einen freudigen Ruf aus. Er kniete vor dem Tropfsteingebilde und langte in eine Vertiefung hinein. Als er den Arm wieder zurückzog, hatte er die gesuchte Kassette in der Hand. Fritz Lehmann war hoch erfreut, als er das Eigentum seines Vaters erkannte. Da die Kassette immer noch verschlossen war, nahm er an, dass der Mulatte noch keine Zeit gehabt hatte, sie zu öffnen. Ich komme nun doch mit Ihnen, Herr Thoring, erklärte er freudig, jetzt brauchen mich die Soldaten hier auch nicht zu finden. Ah, da ist ja auch hier Pono, wir können uns nun beeilen und den versteckten Gang aufsuchen. Pono erklärte uns sogleich, dass er die Leiche des Mulatten so auf einen tiefen Felszacken gelegt habe, dass es den Anschein erwecken müsse, er sei abgestürzt. Auch das Seil hatte er wieder entfernt und folgte uns nun, als Fritz Lehmann uns nach der rechten Seite in einen kleinen Gang führte, der allmählich immer weiter nach unten verlief. Manchmal wurde er so steil, dass wir uns an den eng zusammenliegenden Seitenwänden stützen mussten. Nach einer Viertelstunde gelangten wir in eine zweite kleine Grotte, die tief im Innern des Berges liegen musste. Hier sind wir sicher, meine Herren, erklärte Fritz Lehmann, die Soldaten werden uns nach hier kaum folgen. Allerdings gibt es von hier aus keinen weiteren Ausweg und wir sessen hier in dieser Falle, wenn es dem Leutnant doch einfallen sollte, den Gang zu untersuchen. Hier liegen ja genügend Felsbrocken umher, mit denen wir den Eingang verstopfen könnten, meinte Fleth. Wenn die Soldaten den Eindruck gewinnen, dass der Gang eingefallen ist, werden sie wieder umkehren. Ja, das könnten wir tun, erwiderte mein Freund, wir müssen uns aber beeilen, damit wir mit der Zumauerung fertig sind, ehe die Soldaten die obere Grotte erreichen. Ein Geräusch kann uns leicht verraten. In der Grotte lagen viele kleinere und größere Felsstücke umher. Wir machten uns nun daran, mit ihnen den Eingang zu verstopfen. Da dieser ziemlich schmal und niedrig war, gelang uns dies in kurzer Zeit. Lange würden sich ja die Soldaten nicht in der Teufelsgrotte aufhalten, wenn sie sahen, dass ihr Suchen vergeblich war. Die Luft hier unten musste ja auch allmählich schlechter werden, sodass wir schließlich gezwungen waren, die Grotte wieder zu verlassen. Geduldig warteten wir im Finstern. Lauschend standen wir in der Nähe des zugeschütteten Ganges, aber noch immer vernahmen wir nichts von oben. Eine weitere halbe Stunde verging, da machte uns endlich Porno auf ein Geräusch aufmerksam. Sie sind oben eingetroffen, Massas, erklärte er uns leise, Porno-Soldaten deutlich schon gehört. Wir strengten nun auch unsere Ohren an, aber nur undeutlich vernahmen wir einige Geräusche, die bald wieder verschwanden, um nach einiger Zeit wieder aufzutauchen. Sie durchsuchen die Gänge, meinte Rolf leise zu uns. Bisher ist noch niemand auf den Gedanken gekommen, diesen schmalen Gang nach hier unten zu untersuchen. Achtung, Massas, Soldaten kommen doch nach hier, flüsterte uns in diesem Augenblick Porno zu. Sofort lauschten auch wir wieder angestrengter. Ja, einige Soldaten schienen nach hier unten zu kommen, wir hörten sie miteinander sprechen und manchmal auch eine Verwünschung ausstoßen. Immer näher kamen sie der künstlich von uns errichteten Mauer, und wir sahen plötzlich durch einige Ritzen Feuerschein zu uns dringen. Die Soldaten hatten Fackeln mitgebracht, um die Gänge besser untersuchen zu können. Dann hörten wir, wie der eine Soldat zu seinen Kameraden sagte, Bleiben nur oben, hier kommen wir nicht weiter, der Gang ist eingefallen. Ich möchte wirklich wissen, warum wir hier überall umherkriechen müssen, die Weißen sind ja doch nicht hier. Das glaube ich auch, aber unser Leutnant hat es sich doch nun einmal in den Kopf gesetzt, die Weißen zu fangen. Wir sollen ja reich belohnt werden, wenn wir sie finden. Nach dem Mulatten fragt er gar nicht, obwohl dieser einen Diebstahl ausgeführt hat. Ich wusste nun sogleich Bescheid. Der Farmer hatte dem Leutnant erzählt, dass der Mulatte ihn beraubte, und da Kali unser Boot im Hafen gesehen hatte, war er der Ansicht, dass wir die Verfolgung aufgenommen hatten. Wie er es erfahren hatte, wohin wir geritten waren, blieb mir allerdings jetzt noch unklar, aber es war möglich, da es die Schwarzen auf der Farmus ihm verraten hatten. Argerlich machten die Soldaten wiederkehrt und kletterten mühsam nach oben. Wir aber atmeten befreit auf, denn nun würde sicher der Leutnant bald wieder abziehen. Lauschend blieben wir stehen. Deutlich vernahmen wir die Stimmen der Soldaten, die ihrem Leutnant berichteten, dass der Gang verschüttet sei. In einer halben Stunde werden wir den Gang wieder frei machen können, meinte Fritz Lehmann leise zu uns, was soll der Leutnant noch hier, wenn er uns doch nicht findet. Rolf, wir haben etwas vergessen, warf ich eben so leise ein. Wenn der Leutnant wusste, dass wir hinter dem Mulatten her waren, dann weiß er auch, dass wir uns hier befinden und uns hier irgendwo versteckt haben müssen. Er hat doch die Leiche des Mulatten gefunden. Ah, richtig, Hans, daran habe ich im Augenblick nicht gedacht. Da können wir noch eine ganze Weile hier unten sitzen. Zum Glück ist die Luft hier einigermaßen gut und Überlegend hielt er plötzlich inne. Prüfend zog er die Luft ein und meinte dann plötzlich zu dem jungen Farmer. Wissen Sie genau, dass es von hier aus keinen zweiten Ausgang gibt, Herr Lehmann? Die Luft hier unten ist tadellos, sie müsste schon längst verbraucht sein, wenn diese Grotte nicht stets frische Luft von außen bekäme. Wir haben den Gang verschüttet, und trotzdem bleibt die Luft hier unten rein. Tatsächlich, du hast recht, Rolf, rief ich aus. Komm, wir wollen die Grotte genau untersuchen, vielleicht haben wir Glück und finden einen zweiten Ausgang. Wir müssen aber vorsichtig suchen, wir dürfen nur selten unsere Taschenlampe einschalten, weil uns ein Lichtstrahl leicht verraten könnte. Mr. Fleet kann hier am Eingang stehen bleiben, um auf die Soldaten weiter zu achten. Sofort begannen wir mit der Suche. Je mehr wir uns dem Hintergrund der Grotte näherten, desto besser wurde die Luft. Für mich herrschte nun kein Zweifel mehr, dass es doch eine Luftzuführung nach hier gab, es handelte sich nur darum, ob die Eröffnung groß genug war, dass wir uns durch sie fortbewegen konnten. Vielleicht kamen wir dann in einen anderen Gang und konnten heimlich die Irrgänge verlassen. In diesem Augenblick gab uns Fleet vom Eingang ein leises Zeichen. Sofort kehrten wir zu ihm zurück, es nur pornoüberlassend, nach einem zweiten Ausgang weiter zu suchen. Wir hatten die Taschenlampen wieder ausgeschaltet und blieben lauschend neben Fleet stehen. Es kommt wieder jemand den Gang heruntergekrochen, flüsterte er uns zu. Wir vernahmen wieder dieselben Geräusche, die vorher die beiden Soldaten verursacht hatten. Bald sahen wir auch wieder einen schwachen Feuerschein, der sich huschend hin und her bewegte, als der Mensch vor der Verschüttungsstelle Halt machte. Plötzlich vernahmen wir den lauten Ruf des Leutnants Kalir. Zwei Mann hier herunter, kommandierte er. Die Trümmer müssen fortgeschafft werden. Es hat den Anschein, als wenn sie hier mit Absicht aufgebaut wurden. Irgendwo müssen die Leute doch geblieben sein. Wir erschraken. Wir hätten zwar leicht den Leutnant und seine beiden Soldaten hier unten überwältigen können, aber das wäre Widerstand gegen die belgische Regierung gewesen. Wenn Porno nicht zugleich einen Ausweg aus dieser Grotte fand, dann mussten wir in kurzer Zeit Gefangene des Leutnants sein. Gerade als ich dachte, stieß mich jemand an. Es war unser Porno, der jetzt nicht zu sprechen wagte. Er gab uns nur durch Anstoß und Zeichen, ihm zu folgen. Ich ahnte sofort, dass er etwas Wichtiges für uns gefunden hatte und folgte ihm leise und vorsichtig mit meinen Kameraden. Er führte uns bis hinten in die Ecke der Grotte, wo wir niederknieren mussten. Dann kroch er vor uns in einen niedrigen Gang hinein. Er hatte tatsächlich einen Ausweg von hier entdeckt. 4. Kapitel Auf der Flucht Der Gang, durch den wir nun krochen, war so schmal, dass wir mit beiden Schultern an den Wänden entlang schleiften. Dazu befand sich die Decke kaum einen Meter über dem Boden, sodass wir den Ganzen wegriechend fortsetzen mussten. Aber ich bemerkte, dass die Luft immer reiner wurde und plötzlich schimmerte vor uns helles Licht auf. Der Gang führte direkt ins Freie. Wir kamen an einer ganz anderen Seite hinaus und befanden uns nur noch etwa 40 Meter über dem Boden. Ein Felsplateau nahm uns auf, doch schien von hier kein Weg in die Tiefe zu führen. Wir müssen den Abstieg am Felsen hinunterwagen, meinte Rolf, als er die Umgebung genau gemustert hatte. Hier auf dieser Seite haben wir ja von den Soldaten nichts zu befürchten, sie werden die Höhlengänge immer noch untersuchen. Aber wenn der Leutnant in die untere Grotte eindringt, dann wird er auch unseren Fluchtweg finden, Rolf, erwiderte ich, wir müssen also machen, dass wir bald den Talboden erreichen. Ja, beeilen müssen wir uns, aber der Abstieg ist gar nicht so schwierig, da es hier viele hervorspringende Felszacken gibt. Halten wir uns also nicht weiter auf und versuchen wir den Abstieg. Rolf schwang sich als erster über den Rand des Plateaus. Langsam, aber sicher stieg er immer tiefer und tiefer. Fritz Lehmann folgte ihm, dann fleht und schließlich ich. Pono wollte diesmal den Schluss machen und aufpassen, ob der Leutnant inzwischen den niedrigen Gang entdeckte. Dann konnte er es verhindern, dass uns jemand folgte, solange er auf dem Felsplateau stand. Als wir das Tal erreicht hatten, kam auch er schnell hinabgeklettert. Fritz Lehmann sah sich suchend nach allen Seiten um und winkte uns dann, ihm zu folgen. Wir müssen zu unseren Pferden, die der Leutnant noch nicht gefunden hat, meinte er zu uns. Wenn wir sie erst erreicht haben, dann kann er uns nicht mehr erwischen. Ehe er den Berg herunterkommt, sind wir schon weit fort. Hastig schritt er uns voraus. Aber es verging doch eine ganze Weile, ehe er sich richtig orientiert hatte. Erst nach einer Stunde fanden wir den schmalen Tal-Kessel, den wir nur von der einen Seite betreten konnten. Wir mussten deshalb wieder durch die Hauptschlucht und wollten gerade in die Nebenschlucht einbiegen, als wir plötzlich angerufen wurden. Ein schwarzer Soldat stand hier unten posten und hielt uns sein Gewehr entgegen. Da wir keine Verbrecher waren und wir meiner Ansicht nach angegriffen wurden, glaubte ich, dass wir uns im Recht befänden, wenn wir uns verteidigten. Schon wollte ich zur Pistole greifen, als mir Pono zuvor kam. Mit einem Satz war er bei dem Schwarzen und entriss ihm das Gewehr, das er weit fortwarf. Der Soldat war über diesen unverhofften Angriff so erschreckt, dass er sogleich das Hasenpanier ergriff und laut schreiend davon rannte. Schnell, wir haben keine Sekunde zu versäumen, rief uns Rolf zu, schnell zu den Pferden. In aller Eile rannten wir in die Nebenschlucht und erreichten Minuten später unsere Pferde. Im Nu saßen wir in den Sätteln, ritten eiligst zurück zur Hauptschlucht und schlugen dann ein rasendes Tempo ein. Als ich mich einmal umblickt und zur Höhe hinaufschaute, sah ich dort oben viele Soldaten stehen, die uns erstarrt nachschauten. Gleich würden sie sich in Bewegung setzen, um uns zu verfolgen, aber erst musste der Leutnant aus der unteren Grotte zurückgekehrt sein, was immerhin einige Zeit in Anspruch nahm. Wir gaben unseren Pferden die Sporen und ritten den Weg zurück zur Farm. Über eine Stunde hatten wir Vorsprung und konnten inzwischen, ehe uns der Leutnant einholte, unser Reiseboot flott gemacht haben. Waren wir erst wieder auf dem Wasser, dann konnte er uns nichts anhaben. Ohne miteinander zu sprechen, jagten wir dahin. Wir wussten, dass die Schwarzen, die allerdings zu Fuß waren, ihr Möglichstes tun würden, uns einzuholen, und da sie eine grenzenlose Ausdauer im Laufen haben, konnten sie bald nach uns die Farm erreicht haben. Nur noch etwa fünf Kilometer waren wir von der Farm entfernt, als uns plötzlich der alte Farmer zu Pferd entgehen kam. Er winkte uns sogleich zu, unsere Tiere anzuhalten, und berichtete uns hastig, als er uns erreichte, dass auf seiner Farm noch etwa zehn schwarze Soldaten warteten, die uns gefangen nehmen sollten, wenn wir inzwischen eintreffen. Schnell berichteten auch wir von unserem geglückten Unternehmen und überlegten, wie wir wieder unbehelligt auf unser Boot gelangen konnten. Sie müssen die Pferde vorläufig behalten, meine Herren, mein Sohn wird sie begleiten und ihnen einen Weg zeigen, wie sie den Kongo wieder erreichen können. Mr. Fleth, der ja vom belgischen Leutnant nichts zu befürchten hat, kann ruhig auf sein Boot zurückkehren und weiterfahren. Ich werde ihm einen meiner Leute mitgeben, damit er an der Stelle, wohin sie meinen Sohn bringen soll, warten kann. Gut, so wollen wir es machen, Herr Lehmann, erwiderte Rolf. Doch nun erzählen sie uns noch, wie der Leutnant unsere Spur so schnell finden konnte. Er war ihnen gefolgt und erfuhr in Kwamt, da sich dort um Hilfe gebeten hatte. Er wurde beauftragt, hier nach dem Rechten zu sehen, und traf hier mit einem großen Boot ein. Ich musste ihm den Hafen öffnen, wo er sogleich ihr Boot erkannte. Er sagte mir auf den Kopf zu, dass ich sie beherbergt hätte. Ich musste ihm nun erzählen, dass sie Landsleute von mir seien und sich augenblicklich auf der Verfolgung des Diebes befinden. Ich wollte ihm eine falsche Richtung angeben, aber einige rebelische Schwarze, die den Weißern nicht gut gesinnt sind und denen er erzählte, dass er sie abfangen wollte, zeigten ihm die Richtung und erklärten ihm, dass sie sicher in der Teufelsgrote zu finden wären. So konnte er sie in kurzer Zeit verfolgen. Na, wir wollen uns hier nicht lange aufhalten, Herr Lehmann, warf Flet ein. Die Schwarzen können gut laufen und werden bald hier erscheinen. Sie haben vier gute Pferde von mir mitgenommen, da der Leutnant durchaus reiten wollte. Er kann allerdings bald hier eintreffen. Dann weiter, ich kehre sogleich auf mein Boot zurück und möchte den sehen, der mich daran hindern sollte, es zu betreten. Sie, Mr. Thoring, erwarte ich mit ihren Begleitern an der Stelle, die uns Herr Lehmann angeben wird. Der junge Farmer, der uns begleiten sollte, hatte seinem Vater die Kassette schon ausgehändigt. Schnell verabschiedeten wir uns nun von diesem, schlugen einen weiten Bogen um die Farm und jagten zur Steppe hinaus. Wir wollten mit den zurückgebliebenen Soldaten nicht zusammentreffen. Nach zwei Stunden zügelte Fritz Lehmann sein Pferd wieder. Wir können jetzt langsamer reiten, Herr Thoring, erklärte er, ich würde Ihnen auch vorschlagen, eine kurze Rast zu halten, um etwas zu verzehren. Hier draußen auf der Grassteppe haben wir nichts zu befürchten und können die Umgebung weit überblicken. Wenn wir uns hinter jenem Hügel lagern, haben wir von dort oben einen guten Beobachtungsposten. Wir waren mit diesem Vorschlag sofort einverstanden. Schnell rieten wir zur bezeichneten Stelle, sattelten dort unsere Tiere ab und lagerten uns hinter dem Hügel so, dass wir über ihn hinweg blicken konnten. Wir waren wirklich hungrig und bedurften einer kurzen Rast. Unsere Pferde graschten im Hügeltal, doch entfernten sie sich dabei nicht so weit von uns. Pono behielt sie ständig im Auge, damit wir sie später nicht erst allzu lange einzufangen brauchten, wenn wir hier wirklich einen Verfolger sichten sollten. Wir dennten die Rast über zwei Stunden aus, da wir wirklich müde waren. Wir hatten ja die ganze Nacht nicht geschlafen und hofften, dass Leutnant Kali nicht erfahren würde, welchen Weg wir zur Flucht benutzt hatten. Plötzlich deutete Rolf nach Osten und rief gleichzeitig erregt aus. Sie kommen, sie haben doch unseren Fluchtweg entdeckt. Im Nu hatten wir die Ferngläser vor den Augen und richteten sie auf die kleinen Punkte, die in der Ferne auf der Steppe erschienen waren. Deutlich erkannten wir die Uniformen, aber wir wussten noch nicht, ob der Leutnant dabei war. Wir müssen hier liegen bleiben, riet uns Fritz Lehmann. So wie wir dieses Tal verlassen, bemerken sie uns. Vielleicht reiten sie vorüber, ohne uns gesehen zu haben. Aber unsere Pferde wollen wir trotzdem schon satteln, erwiderte Rolf, sie sind jetzt ausgeruht und vielleicht viel schneller als die der Soldaten. Es sind zwar nur sechs, wie ich deutlich erkenne, aber wir können leider nichts gegen sie unternehmen. Die Verfolger hielten die gerade Richtung auf uns ein. Pongo hatte sich schweigend erhoben und sattelte die Pferde, so dass wir, wenn die Soldaten die Richtung bei Beirten, sofort in den Sattel steigen konnten. Nur noch tausend Meter waren sie von uns entfernt, als sie plötzlich anhielten. Der eine Soldat sprang von seinem Pferd und untersuchte den Boden, dann wies er wieder nach vorn, direkt auf uns zu, und wollte wieder in den Sattel steigen. Doch da fiel sein Blick seitwärts. Er schien seinen Gefährten etwas zuzurufen, schwang sich im nächsten Augenblick auf sein Tier und galoppierte in südwestlicher Richtung davon, gefolgt von seinen Kameraden. Jetzt sahen auch wir, dass sich in jener Richtung einige kleine Punkte bewegten. Mit Hilfe unserer guten Ferngläser erkannten wir aber, dass es entweder wilde Büffel oder Zebras sein mussten. Sie waren sehr weit von uns entfernt, so dass wir sie nicht genau unterscheiden konnten. Die schwarzen Soldaten hatten geglaubt, dass wir es seien, und nahmen nun die Verfolgung auf. Was machen wir nun? fragte Rolf, wir müssen auch dorthin und würden den Soldaten direkt in die Arme laufen. Sie werden auch bald erkennen, dass sie sich getäuscht haben, und dann nachher zurückkehren, meinte ich. Uns scheint der Weg nach allen Seiten abgeschnitten zu sein. Wir müssen warten, bis die Schwarzen so weit entfernt sind, dass sie uns nicht mehr sehen können, erklärte der junge Farmer. Ich führe sie dann zum Kongo, wo sie das Boot ihres Kameraden erwarten können. Hoffentlich treffen wir nicht nochmals mit anderen Soldaten zusammen. Leutnant Kalir scheint uns so eifrig zu suchen, als wären wir die Größenverbrecher. Es ist zu dumm, dass Hauptmann Moldres uns nicht den Ausweis ausstellen konnte. Ja, lieber Hans, so ist es gewöhnlich im Leben, von einer Kleinigkeit hängt oft vieles ab. Doch wir wollen langsam schon immer die Pferde besteigen, die Schwarzen haben es so eilig gehabt, dass sie kaum mehr zu erkennen sind. Welche Richtung wollen Sie einschlagen, Herr Lehmann? Wir reiten im spitzen Winkel zum Kongo zurück, den wir in zwei Stunden erreichen werden. Dort ist wieder Wald, in dem sie sich gut verbergen können. Ich glaube kaum, dass die Belgier sie finden werden, es müsste denn ein großer Zufall sie dorthin führen. Langsam setzten wir unsere Tiere wieder in Bewegung. Als wir die schwarzen Soldaten mit dem bloßen Auge nicht mehr erkennen konnten, gaben wir den Pferden die Sporen und flogen nur so über die Stepper dahin. Eifrig schauten wir nach vorn, wo bald der rettende Wald beginnen sollte. Aber gute zwei Stunden vergingen doch, ehe er vor uns auftauchte. Wir hatten keinen Verfolger mehr bemerkt und atmeten erleichtert auf, als wir endlich in den schützenden Wald einritten. Fritz Lehmann wusste auch hier Bescheid. Er fand in kurzer Zeit einen Wildpfad, der direkt zum Ufer des Kongo führte. Als wir das Wasser vor uns sahen, schien es mir, als winkte uns die Freiheit. Aber noch war Mr. Fletzboot nicht zur Stelle. Fritz Lehmann wollte durchaus bei uns bleiben, aber Rolf riet ihm, schnell nach der Farm zurückzureiten. Die Soldaten konnten unsere neue Spur bis zum Wald verfolgen, da war es besser, wenn sie plötzlich bemerkten, dass sie wieder zurück zur Farm führte. Der Farmer musste deshalb auf der Fährte, die wir hinterlassen hatten, eine Zeit lang zurückreiten. Als er sich von uns verabschiedete, bedankte er sich nochmals für unsere schnelle Hilfe. Er hoffte, dass unser Begleiter, Mr. Fletz, bald mit dem Boot eintreffen werde, damit wir in kurzer Zeit ganz in Sicherheit wären. Einige Minuten später war er im Walde verschwunden. Ich wunderte mich, dass Fletz, der doch so gleich mit dem Boot von der Farm aufbrechen wollte, noch nicht hier war. Er hatte doch einen viel kürzeren Weg, während wir volle sechs Stunden unterwegs waren. Rolf schüttlerte gleichfalls verwundert den Kopf. Schließlich meinte er besorgt zu uns. Es wäre wohl das Beste, wenn wir uns oben auf den Bäumen ein Versteck suchten, denn wenn die schwarzen Soldaten umkehren und unsere Fährte bemerken, wäre es möglich, dass sie doch nach hier kommen. Befinden wir uns aber nicht hier, werden sie annehmen, dass wir mit einem Fahrzeug entkommen sind. Massatoring recht hat, meinte Pono, schwarze Soldaten gut Spuren lesen können und auch nach hier kommen werden, wenn Fährte von Massas gefunden haben. Pono Baum aussuchen wird, wo Massas bequem ausruhen können. Ohne unsere Antwort abzuwarten, schritt er davon. Uns war sein Vorschlag sehr angenehm, da wir uns hier am Ufer ziemlich unsicher fühlten. Wir konnten hier nicht stehen bleiben, und jedes Mal, wenn es im Walde verräterisch knackte, fuhren wir zusammen. Nach kurzer Zeit schon kehrte Pono zurück. Er winkte uns, ihm zu folgen, und zeigte uns dann einen Baum, den wir erklettern sollten. Wir taten es und fanden oben zwei ganz bequeme Sitzplätze, die Pono in aller Eile hergerichtet hatte. Er selbst blieb noch unten, er wollte zurück zur Steppe schleichen und nachsehen, ob die Soldaten unsere Spur gefunden hatten. Von unserem luftigen Sitz hatten wir eine gute Aussicht auf den Kongo. Wir hätten Flairts Boot schon von Weitem sehen können, aber irgendetwas musste auf der Farm vorgefallen sein, da es er noch immer nicht erschien. Was könnte ihn abgehalten haben, sein Versprechen zu erfüllen, Rolf? Fragte ich meinen Freund endlich besorgt. Vielleicht war Leutnant Kalir so dreist und hat sein Fahrzeug beschlagnahmt, Hans. Allerdings kann er ihm nichts anhaben und würde sich groß Unannehmlichkeiten bereiten, wenn Fleth die Sache dann an die große Glocke bringt. Doch irgendetwas muss geschehen sein, sonst wäre er schon längst hier. Vielleicht ist er anderswo gelandet. Auch das ist möglich, doch daran glaube ich nicht so recht, weil der alte Farmer ihm einen zuverlässigen Neger mitgeben wollte. Doch still, dort unten erscheint Pono, er hat es sehr eilig, uns zu erreichen. Ich blickte in die Tiefe. Soeben war unser Pono aus dem Dickicht aufgetaucht, der nun wie eine Katze den Baum erkletterte. Gleich darauf saß er neben uns und berichtete hastig. Schwarze Soldaten kommen, Massas. Pono gar nicht die Steppe erreicht hat, als sie schon ankamen. Soldaten hatten Gewehre schußbereit und tun ganz so, als wären Massas wilde Tiere, die sie jagen. Na, hier oben werden sie uns hier nicht so leicht finden, meinte ich. Hast du unter dem Baum auch alle Spuren wieder verwischt, Pono? Massas ruhig sein, Pono alles in Ordnung gebracht hat. Soldaten sehr dumm sind, Pono nicht verwechselt hätte wilde Tiere mit Massas. Wir verhielten uns nun ganz ruhig. Einige Minuten vergingen, da tauchten plötzlich unter uns vier schwarze Soldaten auf, die sich suchend nach allen Seiten umsahen. Dann sprachen sie leise miteinander, wiesen auf das Wasser hinaus und taten ganz so, als glaubten sie, dass wir nach dort entkommen wären. Es war doch gut, dass Rolf den jungen Farmer zurückgeschickt hatte, sonst wären wir hier doch noch mit den Schwarzen zusammengetroffen. Diese schienen sehr ermüdet zu sein, denn sie ließen sich nun direkt unter unserem Baum nieder. Wahrscheinlich gedachten sie, sich hier einige Stunden auszuruhen und erst gegen Abend den Rückweg anzutreten. Hätten sie geahrend, wie nah wir ihnen waren? Doch ihre Ruhe sollte jäh gestört werden. Wir hörten plötzlich jemand über den Wildpfad kommen. Zuerst dachten wir, dass noch einige Kameraden der Neger erscheinen würden, aber plötzlich tauchte der Leutnant Kalir persönlich auf. Die Soldaten waren sofort aufgesprungen und taten so, als suchten sie eifrig nach Spuren. Kalir hatte gar nicht bemerkt, dass sie sich niedergelassen hatten, und fragte sie nun. Habt ihr immer noch nichts entdeckt? Zu Befehl, Herr Leutnant, weiße Männer entkommen sind auf Kongo, erwiderte der eine Soldat, stram stehend. Argerlich schüttelte der Leutnant den Kopf und sah nach. Dann fragte er seine Leute. Habt ihr das Boot gesehen, das die Männer hier abholte? Zu Befehl, Herr Leutnant, es schon fort gewesen, wir nichts mehr gefunden haben. Dann zurück zu den Pferden, ich werde euch führen. Hier braucht ihr nicht mehr zu suchen, kommandierte der Leutnant. Eiligst verschwanden die Soldaten, gefolgt von ihrem Vorgesetzten. Was er jetzt gegen uns unternehmen wollte, wussten wir nicht, aber wir hatten wenigstens aus seinem Reden herausgehört, dass Mr. Fletts Boot nicht von ihm beschlagnahmt worden war. Aber wo blieb dieser so lange? Wieder warf ich einen Blick auf den Kongo und hätte beinahe einen freudigen Ausruf getan. Weit hinten erschien endlich unser Reiseboot. In wenigen Minuten musste es hier sein, und es war nur gut, dass sich der Leutnant Kalir nicht weiter hier aufgehalten hatte, sonst, weiter wollte ich darüber nicht nachdenken. Komm, wir wollen schon immer hinuntersteigen, Rolf, damit wir sofort weiterfahren können. Vielleicht fällt es diesem Kalir doch noch ein, das Ufer nochmals zu untersuchen. Massas, Pongno zuerst allein hinabsteigen wird, er untersuchen muss, ob Soldaten auch fortgegangen sind. Damit schwang er sich schon geschickt von Ast zu Ast in die Tiefe. Langsam folgten wir ihm und erreichten bald den Boden. Unser Reiseboot war nur noch 200 Meter vom Ufer entfernt, und wir traten nun, soweit es möglich war, ans Wasser und winkten Mr. Flet, der vorn neben Masuf am Steuer stand, zu, sich zu beeilen. Flet hatte zur Vorsicht nur das Segel aufgezogen gehabt, das er nun einziehen ließ. In flotter Fahrt kam das Boot immer näher, und bald berührte der Bug das Ufer. Im nächsten Augenblick befanden wir uns an Bord, gerade in dem Augenblick, als Pongno ebenfalls erschien. Ohne ein Wort zu sagen, kletterte er gleichfalls an Bord, und Flet ließ nun die Motoren anwerfen, sodass wir bald weit vom belgischen Ufer entfernt waren. Pongno berichtete uns nun, dass die Soldaten nicht mehr zu sehen gewesen wären, dass sie sich also doch entfernt hätten. Wir konnten also beruhigt sein und vielleicht unsere Reise doch noch glücklich zum Abschluss bringen. Vielleicht? Flet erzählte uns nun, dass der Leutnant zwar sein Boot nicht beschlagnahmt, aber ein Auslaufen zuerst verhindert hätte. Dann war er fortgeritten, um sich an unserer Verfolgung zu beteiligen. Flet gelang es schließlich, die drei schwarzen Soldaten, die ihn beobachten sollten, zu täuschen, sodass er ungehindert den Hafen verlassen konnte. Marsuf hatte jetzt das andere Ufer aufgesucht, und da der Strom nun immer enger wurde und wir uns dem sogenannten China näher hatten, mussten wir immer noch scharf aufpassen, ob wir nicht doch noch von einigen belgischen Soldaten gesichtet wurden. Wir konnten uns nicht denken, dass der Leutnant so leicht unsere Verfolgung aufgegeben haben sollte. Fünfte Kapitel Verhaftet Kurz vor einem Bruch der Dunkelheit machten wir dann am jenseitigen Ufer halt und suchten eine kleine Bucht auf, in der wir ganz geschützt ankern konnten. Aber schon eine Stunde vor Anbruch des Tages setzten wir unsere Fahrt wieder fort. Drei Stunden später erreichten wir den Stanley Pool, eine seeartige Erweiterung des Kongo mit vielen Inseln, bis wir dann gegen Mittag Brazeville anliefen, wo wir uns aber gar nicht weiter aufhalten wollten. Wir mussten so schnell wie möglich Leopoldville erreichen, um von dort mit der Bahn weiterzufahren. Mr. Fleth riet uns, von Brazeville bis Leopoldville einen Dampfer zu benutzen, damit er ohne uns in Leopoldville eintreffen konnte. Wir glaubten immer noch, dass der Leutnant Kali uns nicht aus dem Auge gelassen hätte und alles versuchen würde, unserer doch noch habhaft zu werden. Wie gut Fleths Rad war, erfuhren wir erst später. Da gerade ein kleiner Dampfer nach Leopoldville zur Abfahrt bereit lag, bestiegen Rolf, Pono und Bichin und fuhren Mr. Fleth voraus, der gegen Abend in Leopoldville eintreffen wollte. Dort sollte sein Boot wieder zerlegt und mit der Bahn weiter befördert werden. Gerade als wir den Dampfer betraten, erschien auf der Landungsbrücke Leutnant Kali. Ich glaubte, dass wir nun doch die Hereingefallenen wären, aber ich wunderte mich, als Kali, nachdem er gleichfalls den Dampfer betreten hatte, uns höflich lächelnd grüßte und ganz so tat, als hätte er es nicht auf uns abgesehen. Drei schwarze Soldaten begleiteten ihn. Gleich darauf setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Ich sah, wie der Leutnant eifrig mit dem Kapitän sprach, der aber verschiedene Male mit dem Kopf schüttelte, worüber der Leutnant ziemlich ärgerlich zu sein schien. Dann schritt Kali an der Reling entlang und besprach sich mit seinen drei Soldaten. Ich möchte wirklich wissen, warum er uns nicht verhaftet, meinte ich leise zu Rolf, hier können wir ihm noch nicht entkommen. Eben darum vielleicht, Hans, er wartet ab, bis wir in Leopoldville an Land gehen und will uns dort überraschen. Na, vielleicht finden wir noch einen Ausweg. Soviel ich aber weiß, legt der Dampfer unterwegs nirgends mehr an. Wir könnten ja über Bord springen und schwimmend das Land erreichen, Rolf. Mein Freund lachte herzlich auf, als ich diesen Vorschlag machte. Nein, lieber Junge, wir sind keine Schwerverbrecher und brauchen uns so nicht zu drücken. Wir haben ja in Leopoldville einen deutschen Konsul, an den wir uns wenden werden, wenn dieser Leutnant uns nicht in Ruhe lässt. Ah, ich glaube, der Kapitän will uns sprechen, er hat mir heimlich zugewinkt. Langsam, wie Leute, die keine bestimmte Absicht haben, näherten wir uns der kleinen Kajüte, die vorn am Bug für den Kapitän hergerichtet war. Als uns der Leutnant nicht beobachtete, schlüpften wir schnell dort hinein und standen nun einem gutmütig ansehenden Mann gegenüber, dem Kapitän dieses Schiffes. Guten Tag, meine Herren, sprach er uns zu unserer Freude in deutscher Sprache an, ich bin ein Elsass-Lothringer, jetzt allerdings ein Franzose, und hörte so eben, dass sie Deutsche seien. Was haben Sie denn verbrochen, dass dieser Kalier Sie durchaus verhaften will? Nun, wir haben ihn etwas geärgert, Herr Kapitän, doch ich glaube, die Sache wird sich in Leopoldville rasch aufklären. Ich werde Ihnen schnell die Geschichte erzählen, vielleicht könnten Sie uns einen guten Rat geben. Höflich stellte Rolf sich und mich vor und begann dann mit seinem Bericht. Aufmerksam hörte der Kapitän zu. Als Rolf geendet hatte, rief er entrüstet aus, dass sie diesem Leutnant Kalier so recht ähnlich, der am ganzen oberen Kongo sich verhasst gemacht hat. Keinen Menschen lässt er in Ruhe, er möchte am liebsten alle verhaften. Aber wir wollen ihm einen Streich spielen, denn augenblicklich befinden Sie sich auf einem französischen Dampfer, auf dem er keine Verhaftungen vornehmen kann. Ah, deshalb also hat er uns noch nicht belästigt, rief ich aus, jetzt wird er uns aber nicht aus den Augen lassen, bis wir an Land gehen. Das kann sein, aber Sie müssen bedenken, dass ich ja auch etwas dazu beitragen werde, Ihnen ein Entkommen möglich zu machen. Ich bekümmere mich ja eigentlich nie um seine Angelegenheiten, aber weil Sie Deutsche sind und ich diesen Kalier nie leiden konnte, will ich ihm jetzt einmal einen Streich spielen. Vor einem Bruch der Dunkelheit werde ich Leopold Wille nicht erreichen. Und wie wollen Sie das anstellen, Herr Kapitän? fragte mein Freund. Ich werde eine Panne bekommen oder irgendwo auflaufen. Bricht dann die Dunkelheit herein, so gehen Sie in das kleine Rettungsboot und fahren an Land, ohne dass die Skalier merken soll. Komme ich in Leopold Wille an, dann, sind Sie eben verschwunden. Ausgezeichnet, so können wir es machen, Herr Kapitän, wir sind Ihnen jetzt schon sehr dankbar. Sehen Sie, Kalier wird jetzt schon aufmerksam, weil er uns nirgends mehr sieht. Er sucht uns überall. Ich werde Ihren schwarzen Begleiter ebenfalls in meine Kajüte holen, Kalier braucht gar nicht zu wissen, wo Sie augenblicklich stecken. Bleiben Sie also vorläufig hier und lassen Sie sich nicht an Bord sehen. Sollte er mich fragen, dann erzähle ich ihm, dass ich Ihnen eine Kajüte gegeben habe. Lachend entfernte er sich. Durch das kleine Fenster konnten wir beobachten, dass der Leutnant Kalier wie ein Raubtier sich sofort auf ihn stürzte und ihn ausfragte. Kapitän Helse zuckte die Achseln und erwiderte etwas, dann schritt er langsam weiter. Es ist allerdings schade, dass wir uns hier in dieser Kajüte aufhalten müssen, Rolf, meinte ich ärgerlich, diese Fahrt durch den Stand der Pool ist doch sehr interessant. Wir sehen ja vom Fenster aus genug, liebe Hans, und müssen uns fügen. Es ist besser, dass wir heimlich entkommen können, als wenn wir später lange Zeit zurückgehalten werden, ehe sich die Angelegenheit mit uns geklärt hat. Wenn Kalier uns nicht aus den Augen lässt, dann können wir auch kaum mit der Bahn weiterfahren. Vielleicht sind wir doch gezwungen, auf dem Landwegebomber zu erreichen, Rolf. Das könnte schon sein, lieber Hans, sicher sind wir erst, wenn wir unsere Yacht wieder betreten haben. Stundenlang standen wir am kleinen Fenster und schauten auf die Landschaft, die sich unseren Augen bot. Ponga war schon längst gleichfalls zu uns hereingeschlüpft und hatte uns erzählt, dass die schwarzen Soldaten ihn ausfragen wollten, wohin wir zu reisen gedächten. Plötzlich ging ein Ruck durch den Dampfer, der auch so gleich fest lag. Die Maschinen hörten zu arbeiten auf, und wir sahen die wenigen Passagiere ängstlich durcheinander rennen. Der Kapitän beruhigte sie aber so gleich. Dann kam er nach einer Weile zu uns und berichtete uns lachend, dass sein Dampfer aufgelaufen sei. Ich kenne diese Stelle genau, meine Herren, ich brauchte jetzt nur die Maschinen rückwärts laufen zu lassen, dann wäre ich wieder frei. Aber damit hat es Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit, solange bleibe ich hier liegen. Der Leutnant flucht nicht schlecht und erkundigt sich immer wieder, ob sie in ihrer Kabine seien. Und wie sollen wir es nun machen, um ungesehen zu entkommen, Herr Kapitän? fragte Rolf. Sie erzählten mir doch, dass ihr Reiseboot nachkommt. Ich werde nun einen meiner Leute, dem ich vertrauen kann, mit dem kleinen Rettungsboot ausschicken, um ihren Kameraden zu suchen. Er soll ihm sagen, dass er erst in der Dunkelheit mit dem Boot weiterfahren soll, damit ich sie an Bord bringen kann. In zwei Stunden können sie dann Leopold Ville erreicht haben und den nächsten Zug nach Boma, der gegen 9 Uhr abends geht, benutzen. Solange bleibe ich hier liegen. Wir danken Ihnen vielmals, Herr Kapitän. Bitte lassen Sie unserem Kameraden, Mr. Fleth, sagen, dass er sehr vorsichtig sein soll, denn mit Kalir sei nicht zu spaßen. Der Leutnant darf unser Reiseboot nicht auf dem Wasser sehen. Ich werde Ihnen einen Führer mitgeben, der ihr Boot durch einen anderen Wasserjahm steuern kann. Sie sollen gut nach Leopold Ville kommen und ich freue mich diebisch, wenn ich später das enttäuschte Gesicht Kalirs sehe. Bis zum Einbruch der Dunkelheit waren es noch drei Stunden. Während draußen auf dem Dampfer angeblich vergeblich versucht wurde, ihn wieder frei zu bekommen, saßen wir in der Kajüte des Kapitäns und spielten Schach. Der Kapitän hat einen seiner Matrosen mit dem kleinen Rettungsboot fortgeschickt und dabei listig zum Fenster seiner Kajüte geblinzelt, was zum Glück Kalir nicht sah. Bald waren wir ja eifrig beim Spiel, daß wir die Zeit völlig vergaßen. Erstaunt blickten wir auf, als überraschend schnell draußen die Dunkelheit hereinbrach. Gleich darauf erschien auch der Kapitän und winkte uns zu, ihm zu folgen. Da der Mond nach nicht aufgegangen war, herrschte auf dem Deck des Dampfers völlige Finsternis. Die laute Stimme des Kapitäns gebot nun, Laternen anzuzünden, was aber die Matrosen nicht zugleich taten. Am Heck des Dampfers machte der Kapitän Halt und verabschiedete sich dann von uns. Hier hängt ein Tau, woran Sie sich hinunterlassen können, meine Herren. Unten wartet mein Matrose George mit dem kleinen Boot, er weiß Bescheid, und wenn Sie ihm nachher eine kleine Belohnung in die Hand drücken, dann freut er sich und wird immer verschwiegen sein. Nun wünsche ich Ihnen eine glückliche Fahrt und ein ebenso glückliches Entkommen. Wir bedankten uns herzlich beim Kapitän, der uns fast mit Gewalt zum Tauende schob. Beeilen Sie sich, meine Herren. Kalir spioniert überall umher und kann auch nachher kommen, drängte er, und wir ließen uns nun bei Hände am Tau hinab. Zwei Hände ergriffen mich und zogen mich in ein kleines Boot hinein, worauf das Tauende sofort wieder oben verschwand. George, der Matrose, musste tatsächlich gut Bescheid wissen. Mit lautlosen Ruderschlägen entfernte er sich vom Dampfer und legte sich dann kräftig in die Rümmen. Das kleine Fahrzeug schoss nur so über das Wasser hin. Nach einer Viertelstunde bog er in einen Seitenarm ein und machte plötzlich Halt. Dicht vor uns sahen wir unser Reiseboot liegen, und Mr. Fleet begrüßte uns lachend, als wir, wie Schwerverbrecher, die soeben aus dem Zuchthause entsprungen waren, an Bord stiegen. George hatte das kleine Boot am Heck befestigt und übernahm nun das Steuer unseres Reisebootes. Er sollte uns durch einen Nebenarm nach Leopold Wille bringen, wo wir sofort den fälligen Zug nach Bummer nehmen konnten. Alles verlief programmäßig. In Leopold Wille stiegen wir, Rolf, Pono und ich, aus und alt und zum Bahnhof, der ganz in der Nähe des Hafens lag. 20 Minuten später setzte sich schon der Zug in Bewegung, und wir atmeten erleichtert auf. Fleet wird morgen mit dem Boot nachkommen, Hans, ich habe auf dem Bahnhof einige leere Lohren gesehen, da braucht er das Boot gar nicht auseinander zunehmen, was doch immerhin längere Zeit in Anspruch nehmen würde. Wir können ihn dann morgen gegen Abend in Bummer erwarten. Da fällt mir gerade auf, dass hier am Bahndamm auch Telegrafendrähte entlang laufen, Rolf, erklärte ich. Wie nun, wenn es dem Leutnant einfallen sollte, nach Bummer zu telegrafieren, damit wir doch noch gefasst werden? Rolf zuckte die Achseln. Möglich wäre alles, lieber Hans, aber wir wollen uns auf unser Glück verlassen. Haben wir erst den Bahnhof in Bummer hinter uns, dann soll uns kein Mensch mehr verhaften können. Fleet muss sein Boot es dort auseinandernehmen, damit wir es bis zur Mündung des Niger verladen können. Und wir retten uns auf unsere Yacht und fahren sofort weiter, Rolf, nicht wahr? Es ist schade, dass unsere Reise ein solches Ende genommen hat. Erratternd durchfuhr der Zug die Nacht. Draußen war es so dunkel, dass wir kaum etwas sehen konnten. Ermüdet lagen wir in den Ecken unseres Abteils und versuchten, zu schlafen. Ich bewunderte unseren Pono, den nichts in seiner Ruhe stören konnte. Er schlief schon, aber trotzdem war ich überzeugt, dass er bei dem geringsten auffälligen Geräusch wieder munter sein würde. Am Vormittag trafen wir in Bummer ein. Kaum hatten wir den Bahnhof hinter uns, als wir uns auch schon auf die Suche nach unserer Yacht machten. Wir fanden sie und feierten nun ein freudiges Wiedersehen mit allen unseren treuen Kameraden. Am meisten beschäftigte sich Pono mit unserem Maha, der sich wie ein treuer Hund an ihn schmiegte. Jetzt wussten wir, dass wir uns in Sicherheit befanden und wollten die Yacht vorläufig nicht wieder verlassen. Um aber zu erfahren, ob der Leutnant Kalir mit dem Zuge nach Bummer kam, schickten wir John zum Bahnhof, nachdem wir ihn Kalir genau beschrieben hatten. Leider kam dieser zu spät dort an, der Zug war schon eine Viertelstunde vorher eingelaufen. Fleth war mit vielen Arbeitern beschäftigt, sein Boot, das tatsächlich auf zwei Plattenlohren verladen war, wieder ins Wasser zu setzen, eine Arbeit, die gar nicht so schwer war, wenn eben genügend Träger zur Stelle waren. Bald schwanden auch unser Reiseboot wieder auf den Fluten des Kongo und hatte somit sein Endziel erreicht. Weit und breit war keine belgische Uniform zu sehen. Das verleitete uns, doch unsere Yacht zu verlassen. Langsam schlenderten wir zur Ankerstelle unseres Reisebootes und begrüßten dort Fleth, der uns lachend die Hände entgegenstreckte, als er uns bemerkte. Na, das war wenigstens auch einmal ein kleines Abenteuer, rief er uns zu. Rolf Thoring und Hans waren auf der Flucht. Allerdings, es war ein ungemütliches Gefühl für uns, Mr. Fleth. Aber wir wollten ja nur Unannehmlichkeiten aus dem Wege gehen, sonst wären wir diesem Leutnant schon entgegengetreten. Doch was haben sie, was ist los? Fleth hat uns hastige Zeichen gemacht. Schnell drehten wir uns um und starrten in das lächelnde Gesicht des Leutnants Kalir, der hinter einem Stapel gestanden haben musste. Ihm folgten drei schwarze Soldaten, die sich nun stramm aufstellten und die weiteren Befehle ihres Vorgesetzten abwarteten. Sie sind meine Gefangenen, meine Herren, erklärte der Leutnant, ironisch lächelnd. Sie glaubten, mir doch noch zu entkommen, aber sie sehen, dass Leutnant Kalir schlauer ist. Leisten Sie keinen Widerstand, sonst müssten meine Leute von Ihren Waffen Gebrauch machen. Wir standen dem Leutnant völlig waffenlos gegenüber, was eines Teils zu unserem Glück war. Er hatte uns überlistet, und wir konnten nun nicht mehr die Flucht ergreifen. Wessen klagen Sie uns an, Herr Leutnant? fragte Rolf ruhig, wir sind uns keiner Schuld bewusst. Das werden Sie später erfahren, jetzt bitte ich, mir zu folgen, sonst wissen Sie, was ich tun werde. Nehmen Sie mich nur ruhig auch mit, Herr Leutnant, damit Sie uns gleich alle beisammen haben, sagte Fleth wütend. In meinen Augen sind Sie ein großer Feigling. Die Augen des Leutnants blitzten auf. Er gab seinen Leuten einen kurzen Befehl, die uns sofort in die Mitte nahmen und abführten. Wir konnten und durften keinen Widerstand leisten, aber wir wussten auch, dass unsere Festnahme nicht lange dauern würde. Auch Fleth, der den belgischen Leutnant mit Absicht so schwer beleidigt hatte, kam mit uns. Wir wurden auf die Militärstation geführt und in einem großen Raum untergebracht. Rolf verlangte sofort, dass man den deutschen Konsul benachrichtigte, was der Leutnant auch höhnisch zusagte. Dann schloss sich die Tür hinter ihm. Doch noch gefangen, Rolf, rief ich wütend aus. Weißt du, was wir sind? Nicht das, was du jetzt annimmst, lieber Hans. Es war ein kleines Missgeschick, das uns passierte, das kommt manchmal unverhofft. Ich glaube nämlich, dass unser Abenteuer mit dem Leutnant Kallir erst jetzt richtig beginnt. Der Mann ist zu allem fähig und wird sicher nicht eher ruhen, als bis uns eine große Strafe zu diktiert wird. Aber er soll sich in uns getäuscht haben, Mr. Toring. John Fleth ist nicht der Mann, der sich von einem solchen Jüngling in dieser Weise behandeln lässt. Ich habe ihn mit Absicht beleidigt, um in ihrer Nähe bleiben zu können. Ich glaube, sie hätten uns mehr nützen können, wenn sie in Freiheit geblieben wären. Doch nun wollen wir nicht weiter klagen, sondern lieber beraten, wie wir den Leutnant hineinlegen können. Unser Abenteuer mit dem Leutnant Kallir sollte tatsächlich noch nicht beendet sein, es begann eigentlich jetzt erst. Wie wir uns wieder befreiten und was wir mit Kallir noch erlebten, schildert der nächste Band, der sich betitelt. Wir haben uns desto, die derandoine Heflogen und die Belebnötung auf derforward England. Wir haben uns wieder 5-3-2-9-2-9-4-9-33-3-4-2-3-3-4-4-3-4-4-4-4-3-3-4-4-3-4-4-4-5. Untertitelung des ZDF, 2020